Ja, heute haben wir einen sehr spannenden Themensamstag geplant unter dem Motto Lernen und Bildung ist die Zukunft der Schule digital. Ich freue mich schon sehr auf die vielen Inputs und Experteninnen und Experten von der Universität Augsburg und die jeweiligen Facetten, die Sie heute ansprechen. Als allererstes darf ich Ihnen Frau Prof. Dr. Eva Mattes vorstellen. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls Pädagogik. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Erziehungs- und Bildungsgeschichte und Theorien wie auch Bildungs-Medienforschung. Sie ist zudem Mitglied als auch Herausgeberin oder auch Sprecherin in diversen deutschen sowie internationalen Zeitschriften und Gesellschaften. Unterstützt wird Prof. Mattes heute durch ihren Mitarbeiter Stefan Siegel, Gesamtkoordinator im Projekt LEHET – Förderung der Lehrerprofessionalität im Umgang mit Heterogenität. In seinem Promotionsprojekt widmet er sich daher auch verschiedenen erziehungswissenschaftlichen Theorien der individuellen Professionalisierung. Frau Hanna Lachner, Masterstudentin im Studiengang Heterogenität in Erziehung und Bildung mit Vertiefung in Medienbildungsforschung, vervollständigt den ersten Teil dieses Tages und ich darf nun übergeben und freue mich schon sehr auf den ersten Input. Ganz herzlichen Dank, Frau Turner-Irmler. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle recht herzlich. Als erstes sage ich Ihnen kurz, was Sie in den nächsten 20 Minuten erwartet. Zunächst werde ich Ihnen einen kurzen Einblick in den Arbeitsschwerpunkt Bildungsmedienforschung an meinem Lehrstuhl geben. Anschließend werde ich in diesem Kontext drei Thesen, die zum Nachdenken und zur späteren Diskussion anregen sollen, vorstellen. In einem zweiten Kurzvortrag wird Herr Stefan Siegel über seine Forschungen zu Anbietern von Erklärvideos mit Anschauungsmaterial berichten. Und in einem dritten Kurzvortrag wird Frau Hanna Lachner erste Ergebnisse aus unserem Forschungsprojekt Sexismus in Erklärvideos mit Beispielen aus entsprechenden Videos berichten und vorstellen. Wir beschäftigen uns an meinem Lehrstuhl in Forschung und Lehre seit Jahren intensiv mit Bildungsmedien und zwar mit Bildungsmedien von Kitas bis in die Erwachsenenbildung, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. In diesem Kontext möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir in unserem Augsburger Projekt der qualitätsoffensive Lehrerbildung, Förderung der Lehrkräfteprofessionalität im Umgang mit Heterogenität auch den Kompetenzbereich Einsatz und Analyse von Bildungsmedien haben, den ich leiten darf. Daraus ergibt sich bereits eine wichtige Forschungsrichtung. Zum einen danach zu fragen, wie sich die Heterogenität, die Vielfalt in unserer Gesellschaft in Bildungsmedien widerspiegelt. Also ob und wenn ja wie etwa verschiedene soziale Milieus, unterschiedliche Familien- und Lebensformen, ethnische Herkünfte, religiöse Unterschiede repräsentiert werden. Zum anderen zu analysieren, wie Bildungsmedien dazu beitragen können, individuellen Unterschieden beim Lernen gerecht zu werden. Durch unterschiedliche Textsorten, durch Visualisierungen, durch Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, durch individuelles Feedback. Und hier lässt sich schon festhalten, dass digitale Bildungsmedien in dieser Hinsicht ein besonderes Potenzial haben. Wir haben bei unseren Forschungen also sowohl analoge als auch digitale Bildungsmedien im Blick. Da ja Schul- und Lehrbücher in Lehr-Lern-Kontexten, wie alle empirischen Untersuchungen der letzten Jahre gezeigt haben, nach wie vor eine sehr wichtige Rolle in Lehr-Lern-Prozessen spielen und nach wie vor weite Verbreitung finden. Die Digitalisierung hat, wie wir alle wissen, allerdings durch die Corona-Pandemie eine immense Beschleunigung erfahren. Und ich bin gespannt, wie sich das auch auf die Zukunft der Bildungsmedien auswirken wird. Lehr-Lern-Videos haben jedenfalls immens an Bedeutung gewonnen. Auch das haben unsere aktuellen Forschungen gezeigt. Nun zu meinen Thesen. Erstens. Digitale Medien können eine Bereicherung für Lehr-Lern-Prozesse darstellen und sind aus diesen nicht mehr wegzudenken. Ein pädagogisches Paradies ist allerdings durch Sie nicht zu erwarten. Eine Bereicherung stellen Sie dann dar, wenn Sie a. didaktisch überlegt eingesetzt werden, also speziell in interaktiven und kollaborativen Kontexten etwa, und dieser didaktische und didaktisch überlegt eingesetzt werden, also was b. Lehrende voraussetzt, die mit digitalen Medien vertraut sind und sich mit ihren didaktischen Möglichkeiten intensiv auseinandergesetzt haben und c. die strukturellen Rahmenbedingungen stimmen, die technische Ausstattung und die technische Unterstützung gewährleistet sind. Vor übertriebenen Erwartungen ist zu warnen. Die Lehrenden und ihr professionelles, pädagogisch-didaktisches Können wird nie überflüssig werden, was ja die Corona-Pandemie auch mit aller Deutlichkeit gezeigt hat. Falsch wäre es deshalb meines Erachtens, nun z.B. bei Lehrkräftefortbildungen nur noch oder schwerpunktmäßig auf Optimierungen im Einsatz von digitalen Bildungsmedien zu setzen. Natürlich auch, aber nicht nur noch und nicht schwerpunktmäßig. Genauso wichtig sind Angebote etwa zur Diagnostik, zur Leistungsbeurteilung und nicht zuletzt zur pädagogischen Beziehungsgestaltung. Zweite These. Von Bildungsmedienverlagen angebotene analoge und digitale Bildungsmedien werden in Bayern einem aufwändigen staatlichen Prüfungsverfahren unterzogen und in allen Bundesländern öffentlich stark kontrolliert und auch schnell deutlich kritisiert. Zum Beispiel, dass sie fachlich nicht korrekt seien, dass sie nicht auf neuestem pädagogisch-didaktischem Stand seien, dass sie von der Gestaltung her veraltet seien, dass sie problematische politische Positionen transportierten und ähnliches. Nun gibt es seit Jahren die OER, Open Educational Resources Bewegung, die für sich in Anspruch nimmt, freie Bildungsmedien zum freien Gebrauch und zur auch adaptierten Weiterverwendung für alle zu produzieren, die, so kann man es in entsprechenden Veröffentlichungen nicht selten lesen, die Qualität der Angebote der Bildungsmedienverlage deutlich übertreffen würden. Hier ist kritisch zu fragen, ob allen, die für sich beanspruchen, OER anbieten zu wollen und zu können, bewusst ist, welch hohe fachlich-didaktisch-pädagogische Expertise für die Gestaltung qualitätsvoller, seien es analoge, seien es digitale Bildungsmedien, vonnöten ist und ob sie diese wirklich aufweisen. Jedenfalls sind vor diesem Hintergrund sowohl OER-Anbieter als auch ihre Produkte kritisch unter die Lupe zu nehmen, was wir in einem Projekt zusammen mit FachdidaktikerInnen getan haben, woraus 2019 auch eine Publikation zur OER hervorgegangen ist. Meine abschließende These hierzu lautet, gut gemachte OERs können eine sinnvolle, bereichernde Ergänzung zu den Produkten der Bildungsmedienverlage sein, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Meine dritte und letzte These, Lehr-Lern-Videos stehen, wie schon gesagt, durch die Pandemie nochmals verstärkt, im Fokus. Sie sind bei jungen Menschen sehr beliebt und weit verbreitet, wie alle einschlägigen Erhebungen zeigen. Sie bieten sicher auch im Kontext schulischen Unterrichts eine Motivation zum Lernen. Wiederum natürlich nur, wenn sie didaktisch gut eingesetzt sind und sich die Lehrkräfte intensiv mit der Qualität der ihren SchülerInnen empfohlenen Videos auseinandergesetzt haben. Aber auch in Bezug auf Lehrvideos ist jedenfalls eine genaue Analyse der Anbietenden und der Angebote dringend nötig. A, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, was Kindern und Jugendlichen da alles angeboten, ja, eventuell zugemutet wird. Und B, um auch hier kritisch zu überprüfen, wie es um die fachliche, didaktische und pädagogische Qualität der im Internet frei verfügbaren Videos steht und um falschen Vorstellungen von Lernen nur als Spaß, nicht als Arbeit, als Anstrengung entgegenzuwirken, um einer sogenannten Verstehensillusion zum Beispiel auch entgegenzuwirken. Die Analysen von ErziehungswissenschaftlerInnen und FachdidaktikerInnen, die wir für unseren in Erscheinung befindlichen Band zu Erklärvideos vorlegen, zeigen jedenfalls bei vielen Videos Problematiken, ja, teilweise sogar erschreckende Schwächen und Gefahren. Herr Siegel und Frau Lachner werden Ihnen dies in Ihren Vorträgen nun veranschaulichen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. So, ich würde einfach kurz meinen Bildschirm freigeben, sollte man jetzt sehen können. Vielen Dank auch von meiner Seite und ein ganz herzliches Willkommen an Sie im Livestream. Falls Sie schulpflichtige Kinder haben, dürfte Ihnen dieses Bild vertraut vorkommen. Weltweit sind Videos im Netz auf dem Vormärsch. Verstärkt wurde dies sicher durch die Covid-19-Pandemie, aber auch schon davor nahm die Verbreitung und die Nutzung von Erklärvideos kontinuierlich zu. Repräsentative Studien zeigen, dass Erklärvideos gerade im Alltag von Kindern und Jugendlichen eine große Bedeutung haben, sowohl in der Schule als auch in der Freizeit und dass der Internetmarkt auf kommerziellen Plattformen wie YouTube und TikTok boomt. Auf der einen Seite ist es wirklich faszinierend zu sehen, was hier in letzter Zeit passiert. Wir haben unglaublich großes Angebot, ein dynamisches, breites Angebot an Erklärvideos zu unterschiedlichsten Themen, die örtlich und zeitlich unabhängig Lernen ermöglichen. Auf der anderen Seite, wie es vor Mattes gerade angesprochen hat, stehen die Gefahren. Das Internet ist ein weitgehend deregulierter, unkontrollierter Raum, der es eigentlich nahezu jedem ermöglicht, Bildungsmedien einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und es war für meine Kolleginnen Grund genug und mich grundgenug uns intensiver mit diesen spannenden Bildungsmedien zu beschäftigen. Hier sehen Sie jetzt drei Projekte, zu denen ich im letzten Jahr geforscht habe. Eins davon, die Erklärvideo-Kanal-Analyse, die ich zusammen mit Sebastian Streitberger und Thomas Heiland durchgeführt habe, möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben. Während Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen seit einiger Zeit zu Erklärvideos forschen, werden die Anbieter der Erklärvideos nur selten in den Blick genommen. Um jetzt die Vertrauenswürdigkeit und die Qualität der Anbieter jedoch besser einschätzen zu können, haben wir uns die Fragen gestellt, wer steht eigentlich hinter diesen Kanälen und inwiefern unterscheiden sich die Anbieter? Da es eine ganze Vielzahl von Kanälen gibt und wir nicht alle gründlich ansehen konnten, mussten wir eine Auswahl treffen. Nach eigenen Online-Recherchen und der Befragung von Lehrkräften haben wir schließlich elf Kanäle ausgewählt und im August 2020 genauer unter die Lupe genommen. Wir haben uns vor allem Kanäle auf der Plattform YouTube angesehen und dort Kanäle untersucht, die Erklärvideos für den Kontext Schule anbieten im weitesten Sinne. Dazu haben wir eine Checkliste entwickelt, die uns hilft, diese Kanäle systematisch und transparent zu bewerten. Das Analysegaster für Erklärvideokanäle auf YouTube, das AY, Sie sehen es rechts im Bild. Es enthält fünf Themenbereiche und insgesamt rund 30 Fragen. Um die Kanäle zu bewerten und zu vergleichen, haben wir uns unterschiedliche Punkte angesehen. Zum Beispiel die Kanalleistung. Also zum Beispiel, wie viele Videos gibt es auf dem Kanal, wie viele Views hat er, wie viele Abonnements. Wir haben uns aber auch das Angebot und die didaktische Aufbewertung des Angebots angesehen. Zum Beispiel, für welche Zielgruppe wird das Angebot bereitgestellt, welche Fächer, Schulfächer werden beispielsweise bedient. Wir haben uns auch mit den Verantwortlichen näher beschäftigt. Zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter hat so ein Kanal, welche Funktionen haben die oder welche fachlichen Hintergründe. Das Wirtschaftsmodell haben wir uns angeschaut. Da war zum Beispiel so eine Frage, wird auf dem Kanal kommerzielle Werbung platziert, eingesetzt. Dann haben wir uns die Qualitätsprüfung schließlich noch angeschaut in dem letzten Punkt. Also wird die inhaltliche technische Qualität irgendwie sichergestellt, hat der Kanal Auszeichnungen beispielsweise. Jede dieser Fragen, 30 Fragen, wird einzeln bewertet und am Ende des Tages kann man dann eine Gesamtbewertung des Kanals erhalten. Gut, was kommt jetzt bei dieser Analyse raus? Wer steckt nun hinter diesen Erklärvideokanälen, die vielleicht auch meinem Sohn, meiner Tochter Erklärvideos bereitstellen? Sind die überhaupt vertrauenswürdig? Leider kann ich Ihnen jetzt da nicht alle unsere Erkenntnisse präsentieren, aber zumindest zwei, drei wesentliche Dinge. Was vielleicht jetzt keine revolutionäre Erkenntnis, aber dennoch sehr wichtig ist, hinter den Kanälen stehen manchmal einzelne Privatpersonen, wie zum Beispiel bei Lehrer Schmidt, unten links auf der Folie, der selbst Lehrer ist und Videos in seiner Freizeit macht. Zum Teil stehen aber dahinter auch profitorientierte Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wie zum Beispiel SimpleClub oben in der Mitte. Die Kanäle unterscheiden sich stark in der Frage, welche Informationen sie über sich preisgeben auf dem Kanal und welche Ziele sie verfolgen. Große Unterschiede haben wir beim oder besonders eindrücklich zeigt sich das am Thema Werbung, wie die Kanäle mit Werbung umgehen. Obwohl Wissenschaft ja im Idealfall eine eher sachlich-rationale Angelegenheit ist und auch sein sollte, waren wir bei den Analysen zum Teil sehr überrascht stockiert und auch zum Teil verärgert, wie beispielsweise der Kanal SimpleClub Werbung einsetzt. Viele Videos auf dem Hauptkanal wirken zumeist in Teilen wie Verkaufsveranstaltungen für die eigene Lern-App. Hier werden Versagensängste von Schülerinnen geschürt und gleichzeitig wird vollmundig versprochen, dass mit der Lern-App mühelos in kürzester Zeit Bestnoten erreicht werden können. Positiv aufgefallen sind uns die Angebote des öffentlich-rechtlichen Medienangebots von Funk, zum Beispiel MrWissen2Go oder MussteWissenDeutsch, die sind werbefrei, zumindest waren sie das damals. Mein Fazit lautet, genau hinschauen lohnt sich. Nicht nur die Videos, sondern auch die Anbietenden sollten kritisch und differenziert in den Blick genommen werden, was jetzt hier aufgrund der Zeit nur bedingt möglich ist. Unser entwickeltes Instrument, das AY, kann helfen, aber es braucht unbedingt noch mehr Forschung in dem Bereich. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass ganz viele meiner Kolleginnen ebenfalls in spannenden Projekten zu Lehrvideos forschen, Einblicke in ein paar dieser Projekte bietet, ein Sammelband, der von Mattes und einem Kollegen von mir herausgegeben wird und demnächst im Klinkhart Verlag erscheint. Hier gibt es auch einen wirklich ganz spannenden und wichtigen Beitrag von Eva Mattes und Hanna Lachner, von dem jetzt berichtet wird. Ich teile auch einmal meinen Bildschirm. Einen Moment bitte. Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute einen kurzen Einblick geben kann in die Untersuchung von Frau Mattes und mir zum Thema Sexismus in Erklärvideos. Unser Interesse war grundsätzlich, wie Herr Siegel gerade auch schon angesprochen hat, im Hinblick auf Erklärvideos gibt es eben sehr großen Forschungsbedarf. Und wenn wir uns dann eben anschauen, wie auch momentan die gesellschaftlich sehr große Debatte zum Thema Geschlecht und Gender sich verhält, dass es in genau diesem Themenbereich eben fast noch keine Untersuchungen gibt. Weshalb wir uns eben dieses Themas angenommen haben und untersucht haben, inwieweit sexistische Tendenzen sich eben in Erklärvideos des Anbieters SimpleClub ausmachen lassen. Für den Anbieter haben wir uns entschieden, da es eben einer der größten verbreiteten Kanäle im deutschsprachigen Raum ist. Und die Anbieter haben mehrere Millionen, hunderte Millionen Views inzwischen auf ihren Kanälen, sind vorrangig auf YouTube aktiv, haben aber auch ein kostenpflichtiges Angebot auf ihrer Website für Schülerinnen und Schüler. Die Anbieter haben einen sehr hohen Reichweitenanspruch. Das bedeutet, wie Sie hier sehen können, vom Nachhilfeprodukt soll SimpleClub immer mehr zur kompletten Lern-App werden, die im Notfall sogar den Schulunterricht ersetzen kann. Wie Sie sehen, ist es ja ein sehr hoher Anspruch, ein sehr großer Anspruch, den die Anbieter da an sich selbst stellen. Und demnach war es natürlich für uns spannend, da mal in das Angebot reinzuschauen, wie wird denn mit dem Aspekt Geschlecht und Gender hier umgegangen. Es gibt von den unterschiedlichen Bundesländern in der Bundesrepublik Deutschland bestimmte Vorgaben dazu, wie beispielsweise in Schulbüchern mit dem Aspekt Geschlecht umgegangen werden soll. Die Kultusministerkonferenz hat hierzu bereits 2016 eben Folgendes veröffentlicht, das ist jetzt ein Zitat, bei der behördlichen Zulassung von Schulbüchern beziehungsweise bei der Entscheidung innerhalb der Schulen über die Beschaffung von Schulbüchern soll besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass die Inhalte eine Vielfalt an Lebensrealitäten und Lebensentwürfen unabhängig von einengenden Geschlechterrollen abbilden. Und das ist jetzt eben auch so der entscheidende Punkt für unsere Untersuchung, unabhängig von einengenden Geschlechterrollen. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal die grundlegende Vorgabe. Es gibt von den einzelnen Bundesländern eben noch ganze Kriterienkataloge zu dem Thema, wo ganz genau aufgeschlüsselt ist, wie beispielsweise Frauen und Männer dargestellt werden sollten, damit sie eben nicht in ihrem Leben eingeschränkt werden beispielsweise, damit ihnen keine einengende Geschlechterrolle vorgegeben wird. Das jetzt einfach nur mal als allgemeine Richtlinie, da es jetzt eben zu umschweifend wäre, auf die gesamten Kriterienkataloge einzugehen. Ich möchte Ihnen jetzt heute einige der Ergebnisse vorstellen, eben auch in der Kürze der Zeit, die wir eben im Rahmen unserer Untersuchung feststellen konnten. Eine ganz wichtige Leitfrage hierfür ist eben, werden durch das Erklärvideo, das wir jeweils untersucht haben, geschlechtsspezifische Stereotypen reproduziert? Wir haben sieben Videos des Anbieters SimpleClub untersucht und jetzt möchte ich Ihnen einen Einblick in einige der Ergebnisse geben. Unser Analyseraster, das wir für die Analyse entwickelt haben, wie ich gerade schon sagte, haben wir entwickelt unter anderem aus diesen Kriterien, aus diesen Vorgaben, diesen Vorgaben der Bundesländer, geschlechtsspezifische Stereotypisierungen können in ganz unterschiedlichen Bereichen auftreten. Beispielsweise im Hinblick auf Körper, im Hinblick auf Beruf, werden nur sehr einengende Möglichkeiten gegeben, welche Angehörigen welches Geschlechts eben welchen Beruf auszuüben haben, ausüben können. Das sind eben da so Fragen, die man sich stellt oder beispielsweise im Hinblick auf Körper. Wie werden Körper eigentlich dargestellt? Es wird eine sehr idealtypische Form vermittelt, werden Körper nur sehr idealtypisch dargestellt? Das sind eben zwei Beispielbereiche von 15 insgesamten Bereichen, die wir untersucht haben. Zu den Ergebnissen. Hier sehen Sie zwei Beispiele aus zwei der sieben untersuchten Videos auf YouTube. Generell lässt sich eben sagen, wir haben jetzt hier die Beispiele Körper und den Bereich Sexualisierung. Wie werden Körper dargestellt und wie werden Menschen in ihrer Lebenswelt überhaupt dargestellt? Wird deren Sexualität immer in den Vordergrund gehoben? Werden sie sexualisiert dargestellt? Jetzt haben wir hier erst mal die Darstellung von Frauen, wie Sie sehen können. Linke Hand eben zwei Frauen. Das ist jetzt eine Beispiel Abbildung. Uns ist im Rahmen der Analyse aufgefallen, dass Frauen sehr idealtypisch gezeichnet werden. Die sind grundsätzlich schlank, haben lange Haare, haben große Brüste, die auch meist gut in Szene gesetzt werden. Und wie Sie jetzt auf dem rechten Bild hier sehen können, das ist ein Beispiel aus einem der Videos von SimpleClub zum Thema Vielfalt von Körpern. Also wie unterschiedlich können Brüste alles aussehen. Und da ist sehr spannend zu sehen, dass es trotz der vermeintlichen Unterschiedlichkeit, die hier jetzt dargestellt werden soll, eben sehr einheitlich ist. Und wie Sie schon sehen können, ist es eigentlich schon fast eine pornografische Abbildung, die hier gezeigt wird. Und die Frauen grundsätzlich eben auch ohne Kopf, also der Fokus total auf den Körper und auf die Brüste. Natürlich sehr spannend im Hinblick darauf, das sind ja Erklärvideos, die vorrangig an Kinder und Jugendliche gerichtet sind. Dementsprechend war das natürlich auch spannend für uns zu untersuchen. Nicht nur im Hinblick auf Frauenkörper, sondern auch im Hinblick auf Männerkörper werden ideale Normvorstellungen vermittelt. Männer sollten stark, muskulös, mächtig, aggressiv sein. Hier sehen Sie eben Beispielbilder, wie das eben dann in diesen Videos vermittelt wird. Und im Vergleich dazu dann eben ein Bild, wie Männer nicht aussehen sollten. Schwach, der versucht jetzt hier das Gurkenglas aufzumachen, es wird schon so in so eine lächerliche Schiene gezogen. Schwach, nicht muskulös, nicht stark, das ist dann eben kein Männerbild, das es sich anzustreben lohnt. Das ist jetzt eben so die Tendenz, die wir aus den Videos selbst bekommen. Ein weiteres Beispiel eben nochmal hierzu, hier sehen Sie das Bild, auf der einen Seite die Frau eben in sexualisierter Pose auf einer Couch, mit Magneten auf ihren Brüsten, auf der anderen Seite die Frau als stillende Mutter. Das ist eben so ein Beispiel dafür, was wir gefunden haben, Frauen werden eben tendenziell eher zu Sexualobjekten degradiert, es scheint nur die Rolle stillende Mutter, liebende Mutter oder eben Sexualobjekt zur Verfügung zu stellen, was eben auch das Zitat daneben zeigt, mit dem Kommentar, wer würde sich hier nicht freiwillig melden in Bezug auf die Brüste der Frau und das zweite Beispiel, das war eine Einleitung zum Thema Hormone, in dem eben die schwangere Frau eben auch sehr lächerlich dargestellt wurde, das ist Jan und daneben steht seine schwangere Frau Yamina Tatja, sie geht ihm zurzeit voll auf den Sack, Jan versucht sich einzureden, dass das an den Hormonen liegt, also wir sehen hier eine Einleitung zum Thema Hormone, die eben hier aus unserer Sicht eben überhaupt nicht gelungen ist, wo man sich eben auch fragen muss, warum dieser Einstieg an dem Beispiel so gewählt wurde. Als Fazit können wir sagen, bestimmten Geschlechter Verständnisses und in Verbindung mit der Fundamentalkritik am bestehenden Schulsystem, das die Anbieter ja üben und dem sehr hohen Reichweitenanspruch des Anbieters sehen wir das eben dann grundsätzlich sehr als problematisch an, insbesondere im Hinblick darauf, dass eben bestimmte Richtlinien, die von den Bundesländern seitens der Bildungspolitik eben an Bildungsmedien herangetragen werden, dass diese Richtlinien nicht eingehalten werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Ja, vielen Dank an die drei Referierenden schon mal für ihren Input. Es gab sogar schon eine Frage im F&A-Tool wurde gestellt während der Vorträge. Falls es noch weitere Fragen gibt, nutzen Sie bitte das Chat-Tool oder auch das F&A-Tool. Ich würde kurz die erste Frage vorlesen und zwar freizugängliche Lehr-Lern-Videos. Wäre es eine Überlegung oder gibt es schon eine Initiative dahingehend eine Art Prüfsegel oder Empfehlung Gütesiegel für frei zur Verfügung gestelltes Material einzuführen beziehungsweise eine Art freiwilliger Prüfung unterziehen zu lassen oder gibt es sowas gar schon? Es gibt es glaube ich meines Wissens noch nicht, wäre aber glaube ich etwas, was durchaus sinnvoll und nötig wäre. Da könnte natürlich so ein Raster, wie es wir entwickelt haben, durchaus eine gute Grundlage sein. Also ich denke, da ist natürlich Bedarf, Handlungsbedarf sehe ich auf jeden Fall. Was könnten Sie denn da empfehlen? Was, gibt es eine Organisation oder wäre es vielleicht ein neues Projekt an der Universität Augsburg? Also vielleicht Herr Siegel und Sie bringen ja vielleicht selber was zu diesen Kriterien lassen. Können Sie was sagen, Herr Siegel, das Sie mit Frau Hensch entwickelt haben? Also finde ich auch super spannend, den Gedanken und finde ich auch lohnend. Die Frage ist halt, welche Prüfstelle so ein Gütesiegel vergeben könnte, das aussprechen könnte. Also was ich vorhin gesagt habe, das Angebot ist unglaublich breit und auch dynamisch. Das heißt, so eine Stelle würde wahrscheinlich gar nicht nachkommen. Das heißt, eigentlich muss die Einzelperson dann mithilfe zum Beispiel so einer Art Checkliste dann für sich prüfen, ob das ein sinnvolles Angebot ist. Ja, ich denke auch, man wird es wahrscheinlich unbedingt stärker sowohl in die Lehramtsaus als auch in die Lehrkräfte Fortbildung integrieren müssen. Ja. Und vielleicht auch mit Schülerinnen arbeiten, also digitale Bildung von der Kindheit bis zum hohen Erwachsenenalter. Es kam noch eine weitere Frage gerade rein. Ich habe solche Stereotypen ebenfalls beispielsweise in Duden Printlehrmaterial für die erste Klasse gesehen. Mädchen sind still und mögen Mode, Jungs toben etc. Woran meinen Sie liegt das, dass dies auch in 2021 noch so weit verbreitet ist? Ich denke natürlich eine Sache, es hat zwei unterschiedliche Gründe vielleicht. Die eine Sache ist, dass das Bewusstsein dafür noch nicht geschaffen ist. Das war ja auch einer der Anliegen unserer Untersuchung, da eben auch dieses Bewusstsein dafür zu stärken. Weil man kann sich quasi nicht mit allem auskennen und dann ist halt die Frage wird es nicht gesehen? Und die andere Sache ist natürlich auch die, es gibt vielleicht durchaus Anbieter, die das auch bewusst machen. Also das wäre jetzt eben einfach mal die Frage, was man eben auch rausfinden müsste, was die Gründe eben für solche Entwicklungen dann eben auch sind. Einerseits, dass man nicht sensibilisiert dafür ist und andererseits, ob es vielleicht auch mit Absicht passiert, man weiß es ja nicht. Es ist richtig, dass es auch in analogen Bildungsmedien noch entsprechende schlechte Stereotype gibt, wobei man schon sehen muss, der Blick darauf ist deutlich kritischer, es gibt natürlich auch sehr viele Analysen dazu, was nicht heißt, es nicht immer noch zu finden ist, aber im Vergleich zu dem, was wir in Erklärvideos gesehen haben, das muss ich dann schon sagen, es ist relativ warmlos, nicht akzeptabel, nicht, dass sie mich missverstehen und in meinem Lehrstuhl werden relativ viele Arbeiten geschrieben, die sich zum Beispiel mit Geschlechterstereotypen in Schulbüchern und Unbeobachteter auf jeden Fall eben in den entsprechenden Erklärvideos. Vielleicht kann ich da noch ergänzen, weil es ja auch ganz unterschiedlich, welche fachlichen Hintergründe die Personen haben, die diese Lehr-Lernvideos erstellen. Manchmal sind es pädagogische Fachkräfte, die das in ihrer Freizeit machen, manchmal sind es aber auch Personen, die jetzt keinen fachlichen Hintergrund für das haben, was sie da eigentlich machen. Das ist wieder eigentlich eine Kooperation zwischen Pädagogen und der technischen Aspektseite wäre das wünschenswert, dass sich alle Fachrichtungen einbringen mit ihrer Expertise. Genau, wunderbar, dann würde ich den drei Referenten nochmal ein herzliches Dankeschön ersprechen, dass sie sich heute die Zeit genommen haben und hier über dieses doch brisante Thema und vor allem in diesen Zeiten sehr aktuelle und notwendige Themen auseinander gesetzt haben. Vielen Dank, Sie dürfen gerne noch einfach hier bleiben und auch den weiteren Vorträgen. Ja, gerne, wir haben das gerne gemacht. alle noch einen schönen Tag, wir bleiben noch ein bisschen dabei. Genau, wunderbar, dann kommen wir auch schon zu unserem zweiten Teil des Themen Samstags und zwar wird nun Frau Professor Dr. Andrea Richter Ihnen ein ganz anderes Thema vorstellen. Sie ist ebenfalls am Lehrstuhl Pädagogik tätig und hielt auch für einige Jahre die Professurvertretung Pädagogik mit Schwerpunkt vergleichende Bildungsforschung an der Universität Augsburg inne. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Erziehungs- und Bildungsgeschichte, pädagogische Anthropologie und Schulentwicklungsforschung. Ein besonderer Punkt in Ihrem Lebenslauf, den ich angesichts des folgenden Vortrags hervorheben möchte, ist, dass Professor Richter seit 2016 Mitglied des UNESCO-Beirats der Stadt Augsburg ist und sie zeigt uns heute an dem Beispiel des UNESCO-Welterbes Wassermanagementsystem Augsburg, welche aktuellen und auch virtuellen Ausweichmöglichkeiten es für die pädagogische Vermittlung einer Welterbestätte gibt und ich freue mich jetzt sehr, Professor Richter hier begrüßen zu dürfen und würde Sie um Ihren Vortrag bitten. Vielen Dank. Vielen Dank, ich begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich heute weiter zu dem speziellen Thema aus dem Bereich Lernen und Bildung im Zusammenhang mit dem Welterbestatus der Stadt Augsburg sprechen zu dürfen. Aktuell handelt es sich um das neue Welterbe Informationszentrum am Rathausplatz, das gerade durch die Presse geht und in den nächsten Tagen in Konkreto eröffnet wird. Genau am nächsten Dienstag ist es zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich. Nun soll also untersucht werden, ob dieses Augsburger Welterbe Informationszentrum als Bildungsmedium fungiert und seinem Vermittlungsanspruch gerecht wird. Nach den UNESCO-Richtlinien ist es verpflichtend, an jeder Weltallbestätte einzurichten. Dazu gebe ich jetzt meinen Bildschirm frei. Nach kurzen Hintergrundinformationen und Begriffsexplikationen gehe ich auf die UNESCO-Richtlinien ein, aus denen ich auch meine Analyse-Kriterien entwickelte. Diese werden in einem exemplarischen Ausschnitt auf das regionale Konzept angelegt. Um alle UNESCO-Richtlinien in den Blick zu nehmen, werden erste weitere Realisierungsansätze für deren Umsetzung aufgezeigt und ich schließe dann nach den Ergebnissen meiner Analyse mit dem genuinen pädagogischen Beitrag von unserer Seite, nämlich der Entwicklung eines E-Curriculums und World Heritage Education. Was die Qualifikation einer Weltallbestätte insgesamt als Bildungsmedien angeht, ist es glaube ich unstrittig, Weltallbestätten als Bildungsmedien zu qualifizieren. Es handelt sich um gegenständliche Kulturgüter wie verschiedene Arten von Denkmalen oder ihre Repräsentation in virtueller oder gedruckter Form, wenn sie der Vermisslung von Wissen dienen und bestimmten Adressaten einen Lärmzuwachs ermöglichen. Welterbestätten sind nun Orte von universaler Bedeutung und bedienen einen besonders breiten Adressatenkreis als verschiedene Funktionsräume wie Museen, Erinnerungsorte, Kulissen für ästhetische Inszenierung etc. Damit einher geht allerdings die Gefahr der Übernutzung der sensiblen Denkmale bis hin zur Notwendigkeit ihrer Schließung und zumindest der Lenkung der erwarteten Touristenströme. Hier nimmt nun dieses bewusste Welterbe- Informationszentrum eine wichtige Rolle als Anlaufstelle, Informations- und Verteilerstelle ein. Geprüft wird nun, ob die Augsburger Repräsentation dieses an jeder Welterbestätte vorhandenen Welterbe- Informationszentrums seinen Anspruch als Bildungsmedien nach den Richtlinien der UNESCO erfüllen kann. Das Welterbe-Bildungsprogramm ist das bisher erfolgreichste UNESCO-Programm. Hier sind in einer globalen Strategie unter dem Prinzip der Nachhaltigkeit fünf strategische Ziele formuliert und zu verfolgen, im Englischen die sogenannten Five C's. Dazu gehören Credibility, Effective Conservation, Capacity Building, Communication, Community Involvement. Ich greife für die Untersuchung die Dimension Kommunikation heraus, in der es um die Förderung des öffentlichen Bewusstseins, der öffentlichen Beteiligung und der Unterstützung für das Welterbe durch die Gesellschaft geht. Diese Dimension Communication habe ich für die Untersuchung aufgespalten in fünf Items, Information, Motivation, Interaktion, Reflexion und Aktivierung. Ich stelle jetzt kurz das Augsburger regionale Konzept vor. Sie wissen alle, dass wir den Begehren Weltarbeit-Titel für unser historisches Wassermanagement-System verliehen bekamen, das sich auszeichnet durch besondere Komplexität. Damit ist aber auch das Problem verbunden, dass es aus insgesamt 22 verschiedenen Objekten besteht, die weit über das gesamte Augsburger Stadtgebiet verteilt sind. Und von großer Unterschiedlichkeit dazu gehören zum Beispiel die Prachbrunnen, aber auch die Modellkammer im Maximilianmuseum, technische Denkmale wie das Wasserwerk am Hochablass oder die alten Wassertürme am Roten Tor, aber auch ein Lechmuseum Langweid, das geplante Umweltbildungszentrum oder die Kanustrecke auf dem ehemaligen Olympiangelände. Es bestand also eine besondere Herausforderung, ein einheitliches, dezentrales Erscheinungsbild zu generieren und damit die Orientierung zu ermöglichen auf dem Welterbeweg durch Infostälen, durch Leitsysteme. Hier begegnen uns die klassischen Bildungsmedien in gedruckter Form als Printmedien, allseits bekannt als Karten, Broschüren, Welterbeführer, wofür die Universität Augsburg auch ihren Beitrag geleistet hat, in einem Exkursionsführer oder das jährlich erscheinende Welterbe-Magazin anzeigen in verschiedenen Medien. Die technische Entwicklung ermöglicht jetzt die Erweiterung auf digitale Medien. Die Stadt Augsburg macht sich diese zunutze auf ihrer Homepage und bietet zum Beispiel eine 360-Grad-Tour an durch diese Welterbe-Satelliten. Eine App unterstützt die Navigation und ist noch erweitert durch verschiedene Audio-Guides, die themenspezifische sogenannte Lauschtouren anbieten auf dem Welterbeweg. Es wird eine Verbindung hergestellt für die konkrete Besichtigung durch öffentlichen Verkehr und Carsharing-Angebote. Es sind Faust- und Radwege ausgewiesen, sogar Joggingstrecken gibt es. Hier nimmt das Welterbe-Informationszentrum eine Zwischenstellung zwischen den klassischen und den modernen digitalen Medien ein. Es kann geradezu als Hybrid zwischen klassischen und digitalen Medien gelten. Ich nehme Sie jetzt mit zu unserem neuen Welterbe-Informationszentrum an den Rathausplatz. Sie sehen hier den Eingang, der ganz bewusst durch diese großen Fensterflächen transparent gestaltet ist, um die Hemmschwelle niedrig zu halten, sich auch einen Eindruck im Inneren des Welterbe-Zentrums von dem Angebot zu verschaffen. Gegliedert ist der für eine weiterbestellte kleine Raum von nur 100 Quadratmetern, der in Augsburg zur Verfügung steht, in verschiedene Bereiche. Der Außenbereich soll also anlocken und neugierig machen, unter anderem mit dieser kleinen Reminiszenz des Putto, den Sie hier links oben sehen, als Erinnerung an den benachbarten Brachbrunnen auf dem Rathausplatz. Der Empfangbereich soll dann einstimmen und helfen, einzutauchen in die geheimnisvolle Welt des Wassers in Augsburg. Im mittleren und Hauptbereich liegt der Fokus auf Information, die dann im hinteren Vermittlungsbereich an der Rückwand mit einer klassischen Schautafel vertieft werden kann. Ein weiteres Augsburger Problem in der räumlichen Ausgestaltung bestand in unterschiedlichen Höhen der Präsentationsfläche. Um Barrierefreiheit auch für gehbehinderte Zuschauer zu sichern, musste noch eine zusätzliche Rampe installiert werden. Im Empfangsbereich nun hilft hier auf dem Mutbild, eindrücklich dargestellt, eine Lichtinstallation einzutauchen in die Wasserwelt durch wechselnde Wellenbewegungen, die auf die Flächen projiziert werden. An anderer Stelle habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade die älteren Bevölkerungsschicht gewisse Schwierigkeiten hat mit solchen bewegten Flächen in der Begehung dieser Flächen. Sie fühlen sich zum Teil unsicher. Ich kann mir vorstellen, dass auch der Dialogbereich eine gewisse Hemmschwelle gerade für die ältere Bevölkerung mit sich bringt, die ja empirisch nachgewiesen zu den Hauptzuschauern und Welterbekunden zählt, nämlich sich eine VR-Brille aufzusetzen und einzutauchen in die virtuelle Welt der Augsburger Denkmale, die natürlich helfen, diese Distanzen räumlicher Art zwischen den 22 Objekten zu verkürzen und Einblicke gewähren in öffentlich nicht zugängliche Denkmale beziehungsweise bereits wieder geschlossene Denkmale. Die Augsburger Wassertürme sind da zum Beispiel ganz stark bedroht und bieten einen 360-Grad-Rundgang im Inneren auf virtueller Basis. Hier sehen Sie die Verziefungswand in Form des klassischen Schaubildes an der Rückwand des Welterbe-Informationszentrums, die einen sehr schönen Einblick in den Wasserreichtums Augsburgs durch die beiden Flüsse darstellt. Verortet sind hier die 22 Welterbeobjekte, unterstützt durch die Texttafeln in klassischer Printmedienform, allerdings zweisprachig gestaltet und auch auf mentaler, kognitiver Ebenen um Barrierefreiheit bemüht, also nicht nur im räumlichen, sondern auch im kognitiven Bereich, durch die Verwendung einfacher Sprache, großen Lettern, Zweisprachigkeit und auch die Anordnung der Texttafeln so, dass vom Rollstuhl aus gut lesbar sind. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf diesem interaktiven Tisch in der Mitte des Raumes, der durch eine Leuchtkante besonders hervorgehoben ist, mit einer interaktiven Tischoberfläche zur Verortung der 22 Welterbeobjekte, wobei jedes einzelne Welterbeobjekt angeklickt werden kann und im Sinn der Augmented Reality die zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt werden. Eine Verweildauer von 15 bis 20 Minuten wird durchschnittlich angenommen, wenn sich also der Besucher einen Eindruck verschafft hat und sich wieder zum Ausgang wendet, halte ich es für ganz wichtig, dass auch die reflektive Ebene angesprochen wird, in diesem Fall durch eine Schautafel mit der Frage, ist Trinkwasser Menschenrecht? Ihm wird auf den Weg nach draußen zu den Denkmalen gegeben wird. Wie nachhaltig gehen wir heute mit Wasser um? Wie kann man Trinkwasser schützen? Auf Augsburg bezogen, welche Verpflichtungen hat Augsburg hier in besonderer Weise zu erfüllen? Und schließlich, wem gehört eigentlich Wasser? Für Augsburger Bürger ist es schnell beantwortet. Wir sind gewöhnt, in einem ungemein wasserreichen Gegend uns aufzuhalten und bevor wir uns auf den Weg machen zu den Denkmalen, können wir uns hier stärken mit einem Trinkwasserbrunnen, also auch gustatorisch ist der Besucher hier angesprochen, kann das gesunde Augsburger Trinkwasser, das die Augsburger Bevölkerung bereits seit dem 15. Jahrhundert mit gesunden Trinkwasser versorgt, genießen. Wenn Sie oben einen Blick auf diese bunte Tafel werfen, dann sehen Sie eine weitere als Helfer gedachte Figur, das Avatar des barocken Brunnenmeisters Kaspar Walter, meine Eigenschaft als Mitglied des UNESCO-Beirats, habe ich dazu meine Stellung abgegeben, dass es vielleicht doch überarbeitet werden sollte, um wirklich alle Bevölkerungsteile, gerade Kinder und Jugendliche, besser anzusprechen als Identifikationsfigur zu dienen. Denn ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein erster Gedanke war, besonders ältere Damen können sich hier willkommen fühlen und durch das Welterblick geführt werden. Nun zu meiner kriterienorientierten Analyse, speziell der Dimension Kommunikation. In der Skalierung von 1 bis 4 denke ich, dass das Augsburger Welterbe- Informationszentrum den Informationsaspekt durch sein breites Angebot, die Zweisprachigkeit und die übersichtliche Präsentation relativ gut erfüllt. Ebenso fühlen sich Besucher durch gerade diesen Wechsel aus traditionellen und neuesten digitalen Medien sicher motiviert, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Sie sind emotional berührt durch die verschiedenen Mittel der Stimmungserzeugung. Wenn es um die angestrebte Interaktion geht, denke ich, dass die technischen Steuermöglichkeiten nicht für jeden Besucher sofort nutzbar sind. Die Stadt sieht dieses Problem aber und kompensiert bereits von Anfang an durch die Möglichkeit der Personalkommunikation. An diesem interaktiven Tisch sind begleitend zwei Mitarbeiter parat, die helfen eingreifen können. Da handelt es sich um gut ausgebildete und ständig verfügbare Mitarbeiter, die hier personelle Kommunikation unterstützend ermöglichen. Auch was Reflexion anbelangt, meine ich, dass Luft nach oben ist. Diese thematische Ausweitung beim Verlassen des Welterbeinformationszentrum nimmt sicher Nachhaltigkeit und das Thema der Menschenrechte in den Blick, aber könnte ebenso wie der Aktivierungspunkt noch stärker ausgeweitet werden. Was Aktivierung anbelangt, ist sicher die Möglichkeit gegeben, sich für einen spezifischen Themenweg, für die konkrete Besichtigung zu entscheiden. Sein Interesse also hier auszuüben. Wenn es allerdings um das Engagement, das echte Tätigwerden für den Erhalt der Denkmale geht, meine ich, kann man hier wenig Aussagen machen. Deswegen habe ich auch, um meine Untersuchung noch zu validieren, vor, eine empirische Überprüfung in einer Stichprobe durchzuführen. Ich habe bereits Drittmittel einwerben können, die mir es ermöglichen, geplant in einer ganzen Woche das Besucheraufkommen zu dokumentieren, zu analysieren und auszuwerten. Und zwar nicht nur das Besucheraufkommen, was die Quantität anbelangt, sondern auch die Altersstruktur und vor allem natürlich die Inanspruchnahme der angebotenen Medien und den Nutzen, den der Besucher daraus ziehen, wollen wir in dieser Untersuchung noch erheben. Ich habe jetzt einen Punkt aus den Five Seas der UNESCO-Richtlinien herausgegriffen für die Untersuchung. Um eine stärkere Gewichtung aller Five Seas zu gewährleisten, hat die Stadt Augsburg sich um weitere Ansätze der Realisierung bereits bemüht. Ganz wichtig natürlich die Institutionalisierung der Bürgerbeteiligung, Kooperationen, Aktionen mit örtlichen Einrichtungen und, wie es das Thema Wasser ja anbietet, überregionale Kooperationen. Karlsenspeck betont die Wichtigkeit dieser Institutionalisierung von Beteiligungen, diese Wiederholung von bestimmten Events, auf denen man sich einstimmen kann und für die man sich dann vornehmen kann, sich auch aktiv zu beteiligen. Zum Beispiel am Weltwassertag ist die Universität Augsburg regelmäßig aktiv. Studierende des Lehrsturzpädagogik setzen sich ein an den Wassertürmen, am Familienwassertag. Bei den Augsburger Wassertagen bekannt ist auch der Deutsche Weltabitag oder der Tag des offenen Denkmals. Und die Augsburger können sich freuen auf ihre Feier des Augsburger Wasserklanzes am Ende der Saison. Ein ganz wichtiges Element zur Umsetzung dieser UNESCO-Richtlinien ist sicher auch der Beitritt der Stadt Augsburg zu den Bio-Communities, was den Nachhaltigkeitsaspekt des Themas betont, in kommunaler Entwicklungszusammenarbeit auf internationaler Ebene, aber auch in dem Freiwilligenzentrum im Bündnis für Augsburg, in der Kooperation mit unserer Universität und der Hochschule oder in Kulturprojekten wie dem Theaterprojekt Uquanda mit Südafrika. Das Thema Wasser, das wirklich jeden angeht, erleichtert überregionale, globale Kooperationen. So stehen wir in Austausch und Zusammenarbeit mit Jinan, der Stadt der Quellen in China, einem neuen Welterbeanwärter. Wir treffen uns in jährlichen Wasserkonferenzen. Die Zusammenarbeit mit deutschen Welterbestätten ist bereits im Gange, alles im Zusammenhang über den Kontext Wasser in unterschiedlichen Ausprägungen, je nach Spezialisierung. Nun komme ich zum Schluss zu unserem genühen pädagogischen Beitrag zur Umsetzung des Welterbegedankens, nämlich dem Ausblick auf die Installierung eines E-Learning Curriculum on World Heritage. Eine junge Kollegin aus China in der Freien Universität Berlin, zuteils als Gastprofessorin tätig, hat die Projektleitung dankenswerterweise übernommen und dieses Project Design erarbeitet. Sie verbindet Learning Skills, Literacy Skills, Life Skills, nimmt die Untersuchungskriterien, die Sie gerade gehört haben, Action, Reflection, Anticipation auf und das alles unter internationaler Perspektive. Sie hat konstatiert, dass in den Welterbestädten große Anstrengungen unternommen wurden zur Verbreitung des Welterbegedankens, aber ihr dauerhafte Wirkung, die Nachhaltigkeit infrage gestellt ist und so bemüht sie sich, gerade für Kinder und Jugendliche im Hinblick auf die großen Herausforderungen, die die Zukunft an sich stellt, ihnen hier Kompetenzen und Fähigkeiten durch die Beschäftigung mit dem World Heritage an die Hand zu geben. Wenn Sie die Knowledge Structure anschauen, dann sehen Sie ein vertrautes Bild einer Zeitleiste, beginnend chronologisch beim Mittelalter bis hin zum postindustriellen Zeitalter. Natürlich wird das Kind in den Blick genommen, die Notwendigkeit, Basiswissen grundzulegen, zu verstärken, was bereits gelernt wurde und vor allem kontextualisieren, Zusammenhänge zu ermöglichen, Zusatzwissen zu vermitteln und das alles im Hinblick auf die Lernziele. Es geht darum, historisch Bewusstsein und Problemlöseverhalten zusammen mit der Aufrechterhaltung des Interesses besonders für technische Entwicklungen aufrecht zu erhalten. Sie sehen, dass es hier um ein sehr ambitioniertes Vorhaben handelt, ein Partizipatory Working Process ähnlich wie bei unseren Anstrengungen an der Universität Augsburg bemühen, wir uns Kinder und Jugendliche, Lehrer von Anfang an ins Boot zu holen, in einem ständigen Austausch zwischen Testung von Learning Activities, Teaching Plans und Feedbacks diesen Austausch zu gewährleisten und alles in einem The Next European Network zu verbinden. Die Welterbestände Erzgebirge in Sachsen ging da voran und hat bereits die Verbindung hergestellt zum School Curriculum, natürlich bezogen regional auf die Bergwerksthematik im Zusammenhang mit Wasser. Allerdings ist der Wasseraspekt auch hier schon ausgeweitet auf Fragen der Geologie und der Landschaftsentwicklung. Wir erhoffen uns natürlich weitere Ausdehnungen spezifisch von den verschiedenen Weltarbeitstätten ausgehend. Augsburg kann hier seinen Beitrag leisten mit unseren bereits entwickelten Arbeitsblättern, unseren Worksheets, die momentan noch in deutscher Sprache zur Verfügung stehen und unsere Experimentierkiste mit den Hands-on-Experiments, die natürlich besonders schwer digital zu vermitteln sind. Wir haben schon einen ersten Schritt in diese Richtung unternommen, jetzt im Zuge der digitalen Lehre an der Universität und haben für jedes Hands-on-Experiment ein Tutorial, einen kurzen YouTube-Film mit den Handhabungen des Experiments entwickelt, wobei uns zugute kam, dass wir Haushaltsgegenstände grundsätzlich eingeplant haben, sodass die Experimente auch in Eigenarbeit nachgestaltet werden können. Sie stehen jetzt natürlich vor der Übertragung in die englische Sprache, um sie im internationalen Markt zugänglich zu machen. Ich schließe mit der ersten Runde des Teacher-Feedbacks. Die chinesische Kollegin war überrascht von den Problemen, die deutsche Schüler mit der englischen Sprache haben. Dazu kamen die harten Richtlinien für den deutschen Datenschutz, sodass Kinder und Jugendliche ihre Klarnamen nicht verwenden dürfen auf den Lernplattformen. Und für uns zum Teil überraschend war die Bemerkung, dass unsere typischen 45-Minuten-Einheiten natürlich störend sind für die Arbeit am School Curriculum. Neben diesen ersten skeptischen Rückwirkungen gibt es natürlich auch positive Feedbacks. Es war besonders fruchtbar und wurde sehr hilfreich empfunden, in einer Online-Community in Peer-Learning-Groups zusammenzuarbeiten, hier den Horizont erweitern zu können. Lehrer waren sehr angetan bei der Feststellung, dass sie mit der vertieften Arbeit an dem Thema Wasser gleichzeitig ganz andere Lernziele abdecken konnten. Und was mir besonders freut, ist, dass nicht vernachlässigt wurde, die Real-Life-Contacts in ihrer Bedeutung für das Schülerleben. Es wurden von den Rückmeldungen ganz deutlich Betonungen auf die Notwendigkeit von Exkursionen gelegt, wie wir es natürlich schon durchführen im regionalen Raum, sogar eins bis drei Tage. Und das erfüllt ich mich mit der Hoffnung, dass nach Corona vielleicht sogar Exkursionen im europäischen Raum möglich werden zur ganzheitlichen Vermittlung dieses schönen und wichtigen Gedankes Wassererbe. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiedersehen im neuen Welterbe-Informationszentrum am Rathausplatz in Augsburg, wo Sie diese Untersuchungsergebnisse gerne selbst nachvollziehen können. Vielen Dank. Ja, Professor Richter, vielen lieben Dank für den Input. Und ich glaube, das ist eine Einladung an Sie alle, doch dann einfach in den nächsten Tagen oder sobald die Ausstellung geöffnet hat, doch einmal vorbeizuschauen. Wenn Sie jetzt noch Fragen an unsere Referenten haben, bitte gerne das F&A-Tool nutzen oder in den Chat. Ich habe eine Frage hereinbekommen und zwar kurz bevor Sie den letzten Teil angeschnitten haben des School Curriculums. Gibt es eine Möglichkeit, die digitalen Medien bzw. Inhalt im Schulunterricht einzusetzen, auch ohne vor Ort zu sein, eventuell eine reine virtuelle Tour durch die Wasserwelterbe-Stationen in Augsburg? Ist sowas in Planung oder könnte man vielleicht diese Ausstellung auch wirklich komplett digital mit VR mal besuchen? Da sprechen Sie ein heikles Thema an. Ich habe als Mitglied des UNESCO bereits natürlich frühen Zugang zu diesen Planungen für das Welterbezentrum gehabt und habe versucht, die Universität Augsburg ins Spiel zu bringen, hier speziell den Lehrstuhl Medienpädagogik. Die Stadt Augsburg hat sich dann vermutlich auch aus Termingründen für eine Berliner Agentur entschieden, die spezialisiert ist auf Welterbe-Städten, aber natürlich vielleicht nicht unseren regionalen Zugang hatte. Also ich bin hoffnungsvoll, dass mit weiteren Projekten genau dieses Angebot auch erfüllt werden kann, wobei ich bei aller Wertschätzung dieser Virtual Reality ein persönliches Anliegen darin sehe, gerade für Schüler im Primarschulalter unbedingt diesen persönlichen Zugang in der unterrichtlichen Verordnung immer mit einzubeziehen. Ich meine, dass auch virtuelle, digitale Zugänge immer eingebunden sein müssen in Vor- und Nachbereitung des konkreten Zugangs, speziell in dieser Altersgruppe. Im Hinblick eventuell auf europäische Exkursionen könnte man sich das zum Beispiel überlegen, vor allem in Hinsicht auf Corona und allem, aber sonst ja auch hands-on wirklich. Und wenn man schon vor Ort ist, glaube ich, muss man die Chance einfach nutzen und das Wasserwelterbe hier in Augsburg auch einmal live erleben. Ja, ich sehe, dass keine weitere Frage reingekommen ist, aber ich bedanke mich nochmal recht herzlich, Professor Richter, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, über dieses tolle Projekt zu referieren und zu erzählen. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Ausstellung und werde definitiv auch einmal vorbeischauen. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ja, als dritten Vortragenden in der heutigen Reihe darf ich Professor Dr. Andreas Hartinger vorstellen. Er ist Lehrstudienhaber für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik und er ist auch im Projekt LEHERT, Lehrprofessionalität immer mit Heterogenität, das ich vorhin schon einmal erwähnt habe, tätig. Und er bereichert dieses Projekt nicht zuletzt, da er auch selbst als Lehrer gearbeitet und tätig war im Schulalltag. Professor Hartinger wird uns jetzt das Konzept der Lernentwicklungsgespräche vorstellen, die das klassische Zeugnis ersetzen können. Aber ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen und übergebe nun an Professor Hartinger und freue mich sehr auf Ihren Input. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Der Titel des heutigen kurzen Vortrags ist so ein bisschen flapsig irgendwie gewählt. Zunächst mal so Lernentwicklungsgespräche, sind sie hilfreich oder verbesserungswürdig? Ich verspreche Ihnen, dass ich am Ende des Vortrags eine Antwort zumindest geben werde. Ich versuche eintragen auf folgende Fragen. Zum einen, was sind überhaupt Lernentwicklungsgespräche? Ganz kurz dann, was kann man sich von solchen Lernentwicklungsgesprächen erhoffen? Ich möchte Ihnen dann ein paar Befunde aus einer empirischen Studie zeigen, die wir durchgeführt haben, nämlich wie gut so diese Hoffnungen zurzeit erfüllt werden und was noch zu tun ist und was wir an der Uni Augsburg dabei tun. Ich habe jetzt ein paar Mal in Wir gesprochen. Das liegt daran, dass dieses Projekt nicht allein durchgeführt ist, sondern federführend von Kollegin Sonja Ertl. Sie ist jetzt zurzeit Junior-Professorin in Erlangen-Nürnberg, war vorher als Assistentin am Lehrstuhl hier tätig. Und Benjamin Kücherer, der heute auch hier ist, ist als Projektmitarbeiter hier eingestellt und leistet wertvolle Tätigkeiten. Zur ersten Frage, was sind Lernentwicklungsgespräche überhaupt? Sie sehen hier mal stilisiert zwei Personen, nämlich eine Lehrperson und ein Schüler oder Schülerin, die miteinander reden. Sie sehen an diesem Tisch dann auch noch ein E für Eltern oder Erziehungsberechtigte und noch ein Fragezeichen. Es können manchmal andere Personen dabei sein, wie beispielsweise Dolmetscherinnen oder besondere Förderer bei Kindern mit besonderem Förderbedarf. Üblicherweise sollte dieses Gespräch 15 bis 30 Minuten dauern. Und üblicherweise ist es auch so, dass im Vorfeld die Schülerinnen und Schüler eine Selbsteinschätzung über sich selber gemacht haben und dass die Lehrpersonen auch eine Fremdeinschätzung durchgeführt haben. Meistens geschieht das in so einem Dokumentationsbogen und relativ häufig sind die beiden Bögen auch parallelisiert, sodass sie dann im Gespräch auch verglichen werden können. Am Ende dieses Lernentwicklungsgesprächs werden häufig so zwei bis drei Ziele vereinbart, die auf Seiten der Schülerinnen und Schüler dann eben erreicht werden sollten. Umgekehrt aber auch, der Anspruch an die Lehrpersonen ist, dass sie die Schülerinnen und Schüler beim Erreichen dieser Ziele natürlich auch unterstützen. In Bayern ist es so, dass es in den Lernstufen 1 bis 3 als Zwischenzeugnisersatz gelten kann. In der Zwischenzeit seit dem letzten Jahr auch als Zeugnisersatz. Allerdings ist durch die Corona-Situation sind die Lernentwicklungsgespräche natürlich ganz schön nach unten gegangen, weil in dieser Situation man jetzt nicht wollte, dass Eltern mit den Schülerinnen und Lehrpersonen viel im Klassenzimmer dann auch sind. Wir hoffen aber sehr, sehr stark, dass es wieder weitergeht. Apropos Hoffnungen. Also welche Hoffnungen hat man denn an solche Lernentwicklungsgespräche? Und die sind eigentlich relativ viel. Zum einen ist es so, durch Lernentwicklungsgespräche ist es deutlich mehr möglich, Informationen zu geben und damit auch mehr lernunterstützende Rückmeldungen, als es in einem Zeugnis die Möglichkeit gibt. Also 30 Minuten kann man natürlich viel sagen und auch deutlich detaillierter, als es in so einem Zeugnis möglich ist. Damit erhofft man sich dann auch eine höhere Lernmotivation. Man weiß, dass Informationen immer ein wesentliches Element von Motivation sind. Man kann sich auch erhoffen, dass diese Zielsetzungen, die nachher miteinander vereinbart werden, dass die auch relativ passend sind, weil sie adaptiv sind. Es ist ja keine Zielsetzung für die ganze Klasse, sondern die in dem einzelnen Gespräch zwischen Schüler, Schülerin und der Lehrperson erreicht wird. Also von daher kann man auch da hoffen, dass Lernen unterstützt wird. Und man kann sich auch mit Blick auf Motivation wieder hoffen, dass sich die Schülerinnen und Schüler stärker wertgeschätzt werden, weil zum Beispiel die individuelle Lernentwicklung berücksichtigt wird. Das Ganze heißt ja Lernentwicklungsgespräch und nicht Lernstandsgespräch. Das ist mit der Idee, das sollte auch aufgezeigt werden, was haben denn Kinder im letzten halben Jahr alles auch gelernt. Weil auch die eigene Einschätzung wichtig ist. Das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Und auch, weil es die Schülerinnen und Schüler natürlich auch eigene Ziele setzen können. Jetzt kommt aber ein großes Aber, das ich zunächst mal mit einer ein bisschen älteren Studie aufzeigen will, die zunächst mal nichts mit Lernentwicklungsgesprächen zu tun hat und die von Kollegin Renate Faltin in der Humboldt-Universität Berlin durchgeführt worden ist und 2002 auch veröffentlicht wurde. Faltin verglicht die Auswirkungen von Ziffernoten versus Verbalbeurteilung. Und bei Verbalbeurteilung gilt Ähnliches wie bei den Lernentwicklungsgesprächen. Man kann natürlich auch hoffen wieder hier, dass deutlich mehr Informationen gegeben werden als in den vergleichsweise nüchternen 2, 3, 4 oder Ziffern, die gegeben sind, wo man natürlich nur ein gewisses Tendenz weiß, aber man weiß keine Details. Und in Verbalbeurteilungen ist es ja natürlich möglich, diese Informationen zu geben, auch Stärken aufzuzeigen und Ähnliches. Der erste zentrale Befund von Faltin war allerdings, es gab keinerlei Vorteile der Verbalbeurteilung, weder auf Motivation noch auf Selbstkonzept noch dann auch das weitere Lernen. Und der zweite Befund war allerdings folgender, die Verbalbeurteilung waren weitestgehend Übersetzungen der Ziffernoten in Textform. Und dann ist natürlich auch nicht besonders zu erwarten, dass es Unterschiede gibt. Und dieses Aber führt dann zu einer weiteren Unterscheidung, die im unterrichtlichen Kontexten ganz zentral ist. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es war auch eine Motivation für mich, diesen Vortrag überhaupt anzunehmen, um das immer wieder in die Bevölkerung zu bringen, nämlich die Unterscheidung zwischen der Sichtstruktur von Unterricht und der Tiefenstruktur von Unterricht. Man bekommt es in vielen pädagogischen Diskussionen mit, und über Unterricht wird ja auch gern diskutiert, dass vielerlei auf Sichtstruktur diskutiert wird. Solche Sichtstruktur von Unterricht und dieses Eisbergbild ist natürlich bewusst gewählt, um auch zu zeigen, dass die Oberfläche, das, was man so sieht auf den ersten Blick, dass das gar nicht mal so das Hauptsächliche ist, was diesen Eisberg ausmacht. Und diese Sichtstruktur von Oberflächen, also von Unterricht, ist beispielsweise, ob jetzt eben ein Zeugnis in Ziffernform gegeben wird oder in Verbalbeurteilung. Es gibt auch noch andere typische Sichtstrukturunterscheidungen, über die gerne diskutiert wird, wie beispielsweise, ob Lernen in der Jagungsgemischten Unterricht stattfindet oder in der Jagungshomogenen Klassen. Was Sie sicherlich auch mitbekommen haben, diese leitige Diskussion, ob Lesen durch Schreiben stattfindet oder Fibelunterricht. Auch das ist eine reine Diskussion auf der Oberflächenstruktur. Oder auch zum Beispiel, ob Kinder in Gruppenarbeit arbeiten, in Einzelarbeit. Andere Sachen wären beispielsweise Ganztagsschulen, dass es nicht Ganztagsschulen oder Ähnliches. Daneben gibt es jedoch die tiefen Strukturen von Unterricht, nämlich zum Beispiel, ob es der Lehrperson gelingt, die Schülerinnen und Schüler kognitiv zu aktivieren, dass sie also wirklich ihre Hirne anschalten und dabei sind beim Unterricht. Auch zum Beispiel, wie sehr es der Lehrperson gelingt, die Klassenführung gut zu halten, bis hin zu der einfachen Tatsache, wie lange sich die Schülerinnen und Schüler mit den Themen des Unterrichts wirklich auch beschäftigen oder mit anderen Sachen. Oder auch konstruktive Unterstützung gelingt es der Lehrperson, die unterschiedlichen Kindern mit ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen, Vorkenntnissen und Ähnlichen auch so ein bisschen adaptiv zu unterstützen, also den Kindern genau diese Lernmöglichkeiten zu geben, die sie jetzt gerade benötigen. Und so nach meinen ganzen Vorworten können Sie es wahrscheinlich schon erahnen, die Effekte auf Lernen geschehen fast ausschließlich durch Elemente der tiefen Struktur. Also die Oberflächenstruktur, ob jetzt eben jahrgangsgemischt versus nicht jahrgangsgemischt ist, relativ gleichgültig. Entscheidend ist, was dann dabei passiert oder eben auch Gleiches gilt für Lesen durch Schreiben oder Fibelunterricht. Und, um jetzt wieder auf mein Thema zu kommen, die Lernentwicklungsgespräche versus Zeugnisse sind natürlich wieder eine Unterscheidung auf Sichtstruktur. Das bedeutet und sagt noch gar nichts darüber aus, was denn innerhalb dieser Sichtstruktur passiert. Die Lernentwicklungsgespräche haben sicherlich deutlich bessere Möglichkeiten, um Lernen zu fördern, aber es ist natürlich nicht gesichert, sondern, und das war jetzt die Hauptfragestellung unserer Untersuchung, die wir zunächst mal auf theoretischer Ebene und dann auf empirischer Ebene nachgegangen sind, wann sind denn Lernentwicklungsgespräche auf so einer tiefen Struktur gut? Es gibt verschiedene Theorien, an die man sich da orientieren kann, zum Beispiel über Feedback oder formatives Assessment. Und aus diesen Theorien haben wir dann ein paar Sachen für die Lernentwicklungsgespräche abgeleitet. Und die erste Qualitätskriterium ist dann, dass die Rückmeldungen auch wirklich wertschätzend sind. Beispielsweise, dass die Kinder auch wirklich zu Wort kommen, dass es ein echtes Gespräch ist und nicht nur die Lehrperson spricht. Auch, dass zum Beispiel die Stärken der Kinder auch berücksichtigt werden und nicht nur auf ihren Schwächen rumgeritten wird. Das Nächste ist, dass die Rückmeldungen informativ sind, dass zum Beispiel auch die Lernentwicklung berücksichtigt wird und nicht der Lernstand. Und dass diese Rückmeldungen sich auf konkrete Kompetenzen beziehen, also nicht ganz allgemein, du bist in Mathe irgendwie gut, sondern dass man halt auch wirklich weiß, in welchen Sachen ist man gut oder wo hat man denn noch Schwierigkeiten. Vermutlich sind ganz wenige Leute immer in einem ganzen Bereich, in allem super und in einem ganzen Bereich, in allem schlecht oder ähnliches. Dann auch, dass diese Ziele, die am Ende des Lernentwicklungsgesprächs vereinbart werden, dass die hilfreich sind, dass sie wirklich zum Beispiel auch klar und messbar sind. So ein Ziel wie, ich will besser in Rechnen werden, das ist noch nicht messbar und zeigt auch noch den Weg drauf, so wie man dieses Ziel erreichen kann. Oder auch, dass diese Ziele von den Kindern als bedeutsam wahrgenommen werden, sodass sie es zu ihren eigenen Zielen machen und dann natürlich auch eher motiviert sind, an dem dann dran zu arbeiten. Und das letzte Qualitätskriterium, dass diese Lernentwicklungsgespräche gut in den Unterricht eingebettet sind, dass sie nicht nur jetzt einmal halt so ein 30-minütiges Event sind im Laufe eines Jahres, sondern dass sie vorbereitet werden, beispielsweise, indem die Schülerinnen und Schüler lernen, sich selber einzuschätzen oder auch, dass diese Ziele nicht nur einmal vereinbart werden, sondern dass sie im weiteren Unterricht halt immer wieder berücksichtigt wird, dass die Lehrperson nachfragt, wie schaut sie mit dem Ziel aus und dass es auch überprüft wird. Soweit mal diese theoretisch entworfenen Qualitätskriterien, natürlich auch aus dem Stand der Forschung. Jetzt der Blick ins echte Leben, die Grundschulpädagogik und Didaktik an der Uni Augsburg ist empirisch ausgerichtet. Also wir versuchen dann, diese Theorien auch so zu überprüfen, indem wir in die Klassenzimmer gehen und schauen, was passiert denn dort in den Schulen. An der Stuhldeer, von der ich Ihnen jetzt berichten werde, beteiligten sich insgesamt 39 Lehrpersonen. Wir hatten 392 Schülerinnen und Schüler, die befragt worden sind und 507 Eltern gaben auch ihre Einschätzung ab. Alle diese Kinder waren in der zweiten Jahrgangsstufe, auch alle Lehrpersonen, die Eltern davon. Und wir hatten folgende Erhebungsverfahren eingesetzt, nämlich Fragebogen für alle diese Beteiligten. Und, und ich glaube, das ist auch eine Stärke dieser Untersuchung, wir haben 210 Lernentwicklungsgespräche vor Ort, zum Teil mit Videografie, dann auch beobachtet und es wurden Beobachtungsbögen eingesetzt, um zu sehen, was in diesen Lernentwicklungsgesprächen passiert. Das waren zum Teil, ich sage jetzt mal einfach einfache Kategorien, in denen zum Beispiel die Beobachterinnen und Beobachter einfach ausgezählt haben, wie häufig hat jetzt die Lehrperson geredet oder wie häufig hat das Kind geredet. Da muss man nicht viel interpretieren, zum Teil aber auch so kompliziertere Kategorien, wie beispielsweise, dass die Beobachterin oder der Beobachter einschätzte, ist dieses Kind jetzt auch sozial eingebunden in diesem Lernentwicklungsgespräch. Das Ganze wird dann immer so durch Beobachterübereinstimmungen überprüft, dass man eine gewisse Objektivität dann auch sichern kann. Ich komme zu den Befunden und beginne mal mit der Einschätzung der Kinder. Die Kinder wurden gefragt, wie sie denn die Lernentwicklungsgespräche einschätzen, ob es ein gutes Gespräch war, ob es wichtig war, ob sie sich aufs Nächste freuen, ob sie sich wohl fühlten. Sie sehen jetzt ein Balkendiagramme. Grau sind immer die positiven Einschätzungen und schwarz sind die negativen Einschätzungen. Und da sieht man relativ deutlich, also fast alles ist also um die 90 Prozent. Die Einschätzung der Kinder dieser Gespräche ist durchgängig positiv. Also nur 7,1 Prozent sagten, es war kein gutes Gespräch. 14 Prozent fühlten sich nicht ganz wohl oder freuen sich nicht auf das nächste Gespräch. Aber immerhin 86 Prozent sagten, ja, irgendwie haben wir uns wohlgefühlt und ich freue mich eigentlich auf das nächste Gespräch. Wir haben dann auch die Eltern befragt. Wie seht ihr das? Also sind sie auch der Meinung, dass die Kinder sich dort wohlgefühlt haben? Und diese Einschätzung der Eltern war ähnlich positiv. Das Einzige, was ein bisschen da rausfällt, ist so, dass es ein wichtiges Gespräch war. Da haben vielleicht einige Eltern gesagt, ja, so wichtig war es auch nicht. Wir wissen genügend, was dann ohnehin passiert. Aber fast 100 Prozent, also 98 Prozent, sagten es war ein gutes Gespräch. Spannend ist auch die Einschätzung der Lehrpersonen. Und da sehen Sie in ähnlichen Balken, mit Ausnahme des wichtigen Gesprächs, von denen knapp 20 Prozent der Lehrpersonen sagten, so wichtig war es nicht. Vielleicht ohnehin, weil sie der Eindruck sind, die Eltern wissen Bescheid. Sie waren schon vorher im Gespräch, sind es sehr, sehr positive Einschätzungen. Wir haben dann die Eltern und die Lehrpersonen explizit dann auch nochmal gefragt, sind sie der Meinung, dass wir lieber Lernentwicklungsgespräche machen sollten oder würden sie lieber Zeugnisse durchführen? Also diese Frage. Und da war es so, die Eltern sagten, und grün ist jetzt lieber Lernentwicklungsgespräch und rot ist egal oder beides gleich, dass von den Eltern 87 Prozent sagten, sie möchten lieber die Lernentwicklungsgespräche als die Zeugnisse. Und ich denke, das ist ein ganz schönes Fund eigentlich für diese Lernentwicklungsgespräche. Und richtig spannend fanden wir dann auch, was denn die Lehrpersonen sagen, denn man muss schon sagen, diese Lernentwicklungsgespräche machen natürlich Arbeit. Sie müssen für 25 Kinder ungefähr, dann vielleicht am Nachmittag, müssen sie zusätzliche Termine koordinieren mit den Eltern, sie müssen sich dann immer mit Vor- und Nachbereitung ist das sicherlich 45 Minuten und gleich dann wieder weg. Das können sie sich ausrechnen, wie viele Nachmittage dann von den Lehrpersonen dann weggehen. Also wie sehen die Lehrpersonen das? Und da ist das Ergebnis an Eindeutigkeit kaum zu überbieten. Es waren 97,4 Prozent der Lehrpersonen, die sagten, sie möchten lieber die Lernentwicklungsgespräche als die Zeugnisse. Zugegeben muss man sagen, das waren die Lehrpersonen, die auch bereit waren, an der Untersuchung teilzunehmen. Aber dennoch wissen wir auch von anderen Gesprächen, dass die Zustimmung zu den Lernentwicklungsgesprächen sehr groß ist. Und ich glaube, in dem Zusammenhang darf man auch wirklich unbedingt mal auch erwähnen, dass Lehrpersonen durchaus auch bereit sind, sich mehr Arbeit zu machen, wenn sie davon überzeugt sind, dass es pädagogisch auch sinnvoll und wertvoll ist. Jetzt noch ein paar Befunde aus der Beobachtung, die wir feststellen konnten. Zum einen, wir hatten ja gesagt, dass es wichtig ist, ob das auch die Stärken der Schülerinnen und Schüler benannt werden und eben nicht nur die Schwächen benannt sind. Und da zeigt es sich durchschnittlich pro LEG, also es wurden pro LEG knapp 15 Stärken von Schülerinnen und Schülern genannt und durchschnittlich ungefähr zwei Schwächen genannt. Wir haben von den 210 Gesprächen, die wir beobachtet hatten, nur drei beobachtet, in denen mehr Schwächen der Schülerinnen und Schüler als Stärken benannt worden sind. Also von daher kann man eindeutig sagen, die Hoffnung, dass Lernentwicklungsgespräche wertschätzend sind und die Schülerinnen und Schüler gestärkt aus diesen Gesprächen rausgehen, die ist, glaube ich, relativ berechtigt. Daneben haben wir aus der Beobachtung auch uns hier untersucht, wird die Lernentwicklung, also so dieser Weg nach oben zum Lernen, hauptsächlich benannt oder vor allem der Lernstand, dass du da bist, bist du jetzt relativ gut oder nicht gut. Und hier ist das Ergebnis andersrum. Also ist tatsächlich auch hier genau zwei Mal wird die Lernentwicklung in so einem Gespräch benannt, aber durchschnittlich werden knapp 20 Mal der Lernstand benannt, was natürlich auch deutlich leichter ist und was natürlich auch interessant ist. Aber für Lernentwicklungsgespräche und eben nicht Lernstandsgespräche, das ist dann für unser Geschmack natürlich doch ein bisschen zu wenig Lernentwicklung. Ich möchte Ihnen jetzt ein kurzes Beispiel benennen, wie man es machen kann. Das ist jetzt eine Minute und ich hoffe, dass es technisch funktioniert. Und guck mal, wo das Hähnchen steht. Ich glaube, ich kann mich erinnern, Hanna, das war letztes Jahr ganz hinten das Hähnchen. Du traust dich, deine Meinung zu sagen. Das war letztes Jahr zu wenig und jetzt ist es schon meistens so mutig bestätigt worden, das Hähnchen. Super, ganz toll. Und das hast du alleine geschafft. Das ist doch ein tolles Gefühl, oder? Und das darf man ja auch mal sagen. Wenn man es ist, kann man höflich und vor allem nicht sagen, was los ist. Stimmt? Da sieht man, glaube ich, so ungefähr alles, was ein gutes Lernentwicklungsgespräch ausmacht. Fast alles. Das Kind kommt nicht zu Wort. Aber die Mutter hält sich im Hintergrund. Die Lehrperson geht auf die Lernentwicklung ein, sagt, dass vor einem Jahr hattest du das noch gar nicht und jetzt bist du da schon so gut geworden. Und das Kind strahlt, weil es wirklich erkennt, dass es gerade gelohnt ist. Und Ruckermann, und deswegen... ...weitermachen. Genau. Jetzt zu dem vereinbarten Ziel noch. Auch da, das Bild deutet ja schon ein klein bisschen an. Da ist der Befund nicht so wahnsinnig positiv. Nicht mal eine Woche später. Wir haben es nämlich so gemacht, dass die Kinder immer den Fragebogen am Montag nach diesem Lernentwicklungsgespräch ausgefüllt hatten. Da war es manchmal halt drei Tage oder manchmal fünf Tage vorbei schon. Die Frage war, ich erinnere mich an meine Ziele. Und immerhin, also 311, also das sind gut 80 Prozent der Kinder, haben sich schon noch daran erinnert, aber fast 20 Prozent nicht mehr. Und das ist für unser Gefühl dann auch ein bisschen zu viel. Also 20 Prozent nach nicht mal einer Woche. Da kann man sich vorstellen, was nach zwei, drei Wochen passiert, wenn eben nicht mehr weitergearbeitet wird mit diesen Zielen. Die Qualität der Lernentwicklungsgespräche ist von daher auch für uns relativ wichtig, weil wir feststellen konnten, dass diese Qualität sich tatsächlich auswirkt auf die Motivation, also auf die Anstrengungsbereitschaft der Schülerin und auch auf das Selbstkonzept, das sich gestärkt wurde. Also hier konnten wir feststellen, die Lernentwicklungsgespräche haben Auswirkungen, aber nicht per se, sondern über, moderiert über die Qualität. Wenn so die wertschätzend wurden, wenn die Kinder vor allem auch die Rückmeldungen als lernunterstützend wahrgenommen haben, die Ziele als passend wahrgenommen haben, dann hat sich im Vergleich zu einem Vortest die Anstrengungsbereitschaft und das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler auch gestärkt. Soweit der Status quo. Was ist jetzt zu tun? Unserer Ansicht nach ist der Status quo ist gut. Es gibt aber Verbesserungsmöglichkeiten. Wir haben deswegen auch zum Praxisleitfaden geschrieben, Sonja Ertl, die damals noch Dollinger hieß, mit Kolleginnen und Kollegen aus einer professionellen Lerngemeinschaft, aus der Unterrichtswirklichkeit. Die haben dort fleißig mitgeschrieben und versucht, diese Praxisbausteine so darzustellen, dass man auch, was man vorher machen kann, was man während des Gesprächs machen kann und sollte und was nachher zu tun ist. Wir gehen schwer davon aus, dass die Qualität der Lernentwicklungsgespräche viel mit der Professionalität der Lehrpersonen zu tun hat, mit dem Wissen, mit ihren Überzeugungen und von daher werden wir jetzt in der Nachfolgeuntersuchung untersuchen, welche Zusammenhänge gibt es inzwischen dieser Qualität von Lernentwicklungsgesprächen und diesen entsprechenden Elementen der Professionalität der Lehrpersonen und wir wollen das nicht nur untersuchen, sondern wir wollen natürlich das auch gestalten und dann schauen, wie lässt sich das durch Fortbildungen oder durch Lehrerbildung dann auch noch weiter verbessern. Ich komme zum Ende und wieder zur Anfangs-Fragestellung. Lernentwicklungsgespräche hilfreich oder verbesserungswürdig? Sie haben es gemerkt, es ist keine wirkliche Dichotomie, von daher die Antwort, die ich leisten kann, ist ein ganz klares Sowohl-als-auch. Sie sind sicherlich hilfreich, aber sie sind auch verbesserungswürdig. Zwei Ansatzpunkte sehen wir momentan, das ist auf der einen Seite ist es die Frage, dass es stärker Lernentwicklung und nicht nur der Lernstand berücksichtigt wird und auch, dass es gesichert wird, dass mit diesen Zielen auch weitergearbeitet wird, sodass sie dann segensreich werden können. Dieses Bild ist übrigens ganz klar ein Sonnenaufgang. Ich habe mich zumindest laut Beschreibung dessen und von daher hoffen wir, dass die Lernentwicklungsgespräche dann eben weiterhin aufgehen. Es ist ja noch gar nicht so lang. In Bayern sind sie ungefähr seit vier, fünf Jahren. Da werden sie immer wieder durchgeführt und sodass die Lernentwicklungsgespräche dann irgendwann so strahlen können, wie sie an diesem Tag dann hoffentlich dann die Sonne auch getan hat. Was ist jetzt noch zu tun, Ihre Fragen zu beantworten? Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und Anregungen. Dankeschön. Ja, Herr Hartinger, ich bedanke mich schon einmal für diesen recht spannenden und interessanten Ansatz gegenüber Zweidnissen, weil ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, glaube ich, hätte ich auch solche Gespräche eher bevorzugt. Es sind sogar schon zwei Fragen reingekommen. Eine Frage wäre, gibt es einen Grund dafür, dass Eltern das Gespräch als eher unwichtig einschätzend, aber Lernentwicklungsgespräche gegenüber dem Zeugnis bevorzugen will? Widerspricht sich das nicht? Ja, zum einen muss man, glaube ich, sagen, eher unwichtig. Das waren ja auch nicht mal 20 Prozent oder so was. Also es waren vier Fünftel waren immer noch die, die das dann Weinungen waren. Die zweite, wir haben nicht gefragt, wie wichtig diese Zeugnisse sind. Von daher kann ich mir ja gut vorstellen, dass sie sagen, das war jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, denn letztlich wusste ich alles schon, also die Kommunikation mit der Lehrperson ist vielleicht ohnehin gut genug oder ich war vor drei Wochen schon im Elternabend und habe mich dort informieren lassen und ich weiß ja auch, was mit meinem Kind so in der Schule los ist oder gerade also Eltern, die Kinder haben, bei denen alles komplett in der Schule durchflutscht, dann ist es ja auch nicht so wahnsinnig wichtig, dieses Gespräch dann noch zu führen. Ich kann mir vorstellen, dass das die Gründe waren, aber das ist ein bisschen Spekulation und zugleich kann ich mir auch vorstellen, dass viele dann, also viele dieser 20 Prozent, die sagten, so wichtig war es nicht, sagen, Zeugnis wäre auch nicht so wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, das ist vielleicht dann der Hintergrund dafür. Ja, eine weitere Frage, die noch reingekommen ist, wird das Konzept des Lernentwicklungsgesprächs im Lehramtsstudium vermittelt? Wie werden Studierende oder auch Lehrkräfte schon in Schulen diesbezüglich geschult? Ja, ich meine, der Punkt ist natürlich der, also in vielerlei Hinsicht werden sie geschult. Also noch nicht unbedingt jetzt gerade direkt zu Lernentwicklungsgesprächen, wo dann so auch Gesprächsberatungselemente und ähnliches da sind, also beziehungsweise sie werden in dem Bereich zum Teil geschult und können diese allgemeinen Sachen dann natürlich auch auf Lernentwicklungsgespräche einwenden. Ein wesentlicher Punkt von Lernentwicklungsgesprächen ist natürlich auch, dass die Informationen, die von den Lehrpersonen kommen, auch passen. Und da bemühen wir uns in Augsburg relativ intensiv, immer so diese Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Also zu sagen, wir haben eine Pflichtveranstaltung Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb. Wir haben eine Pflichtveranstaltung Umgang mit Heterogenität in der Grundschule. Und da hängt immer davon, und das ist die Kernbotschaft, die wir versuchen, unseren Studierenden mitzugeben, ihr müsst also wissen, was die Kinder können und nicht können und dann könnt ihr erst vernünftig darauf reagieren und geht nicht davon aus, dass alle 20 bis 25 Kinder in eurer Klasse das Gleiche schon wissen oder können. Von daher muss man irgendwie unterschiedliche Angebote auch zur Verfügung stellen. Also von daher, es gibt noch keine direkten Kurse, weil wir auch nicht besonders viele Veranstaltungen haben. In den Aufbaumodulen haben wir insgesamt nur sechs Seminare, wo es so direkt um die Lernentwicklungsgespräche geht. Aber wir hoffen natürlich stark durch all das, was wir ihnen den Studierenden mitgeben, so mit Diagnose und Förderung oder sowas, dass wir das auf die Lernentwicklungsgespräche auch umsetzen können. Aber wir bereiten gerade, also nächsten Mittwoch haben wir in Dillingen eine große Fortbildung, also zum Beispiel zu Lernentwicklungsgesprächen. Sie haben ja auch den Zeitfaktor vor allem für Lehrkräfte angesprochen. Da kommt die passende Frage dazu. Die Klassen sind mittlerweile sehr groß, was die Anzahl der SchülerInnen betrifft. Wäre es hilfreicher, für die Lernentwicklung kleinere Klassen zu bilden? Ja, das ist tatsächlich eine empirisch nicht so ganz, ganz klar beantwortete Frage. Auch hier gilt wieder, das ist ein Merkmal auf Oberflächenstruktur, das, von dem man Elemente auf Tiefenstruktur erwarten kann. Es ist natürlich leichter, wenn ich nur zehn Kinder habe, bei denen zum Beispiel eine adaptive, konstruktive Unterstützung zu geben, als wenn ich eine Klasse mit 50 SchülerInnen und Schülern habe. Aber entscheidend ist tatsächlich immer, was darunter verbirgt. Grundsätzlich ist es immer so, je weniger SchülerInnen und Schüler, also bis hin zu einer kritischen Grenze, wo dann auch so dieses gemeinsame Lernen vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, ist es dann schon auch sinnvoll, dass die Klassen eher kleiner sind. Ja, ich glaube, das waren alle Fragen. Oh nein, doch, eine ist gerade hier reingeflutscht. Aus der Praxis weiß ich, dass vor allem der zeitliche Aspekt ein Problem darstellt. Es war kaum möglich, die Gespräche in 15 bis 30 Minuten durchzuführen, wenn die Kinder ebenfalls ausreichend zu Wort kommen sollen. Gibt es dazu Erfahrungen aus der Studie? Könnte ich jetzt gegebenenfalls eventuell an Herrn Kücherer abgeben, der mehr Gespräche beobachtet hat, als ich, aber ich glaube, also es ist sicherlich so, dass es bei manchen Gesprächen funktioniert. Ich war selber bei den Entwicklungsgesprächen mit meiner Tochter mit dabei. Die kamen schon zu Wort und die haben es in 25 Minuten geschafft. Wahrscheinlich, ich weiß aber nicht genau, ob man da genaue Hinweise geben kann. Also ich könnte noch ergänzend sagen, dass 15 bis 30 Minuten die Theorie wäre. Es gibt natürlich aber auch Gespräche, die 15 Minuten, aber es gibt auch Gespräche, die fast eine Stunde gedauert haben. Und manche haben sich dann auch nicht den kompletten Bogen angeschaut, sondern einzelne Bereiche rausgepickt, wo die Schüler vielleicht besonders gut oder schlecht waren. Und diese Berücksichtigung von Kindern mit unterschiedlichen Hintergründen, das haben wir am Schirm, war jetzt in dieser Studie nicht einfach der vorrangige Fokus. Man muss sich dann einfach auch irgendwie konzentrieren, weil es dann natürlich auch wieder schwieriger gewesen wäre, wie diese Gesprächssituation dann auch einzuschätzen ist. Aber natürlich ist es eine wichtige Fragestellung, die wir grundsätzlich auch am Schirm haben und weiter bearbeiten werden. Genau, damit haben Sie die letzte Frage eigentlich, glaube ich, schon gut beantwortet. Es kam auch keine weitere rein. Deswegen bedanke ich mich nochmal, Herr Hartinger, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, das Prinzip vorgestellt haben und Ihre Studie. Und auch an den Herrn Klicherer, der sich da gerade noch mit dazu gestalten hat. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und auch der Veranstaltung bei Wund. Ja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Gerne. Kommen wir auch schon zum letzten Thema, zum letzten Bereich des heutigen Themen-Samstags. Denn zum Abschluss darf ich Ihnen Sonja Herkühnen ankündigen. Sie ist Mitarbeiterin der Universitätsbibliothek Augsburg. Und sie setzt sich nicht nur in ihren Publikationen für freizugängliche wissenschaftliche Publikationen im Netz ein, und zwar zum sogenannten Open Access. Und vor allem in Hinsicht auf Fake News oder auch dieser Schnelllebigkeit von Wachrichten in sozialen Medien gewinnt einfach diese Qualität von wissenschaftlichen Informationen immer mehr Bedeutung und eben auch die Zugänglichkeit. Und Frau Herkühnen wird uns einige Open Access Webseiten vorstellen und auch den ein oder anderen Tipp für wissenschaftliche Recherche darlegen. Ich freue mich schon sehr und bin gespannt. Vielen Dank, Frau Herkühnen. Ja, vielen Dank für diese Einführung. Ich möchte Ihnen heute etwas zum Thema Open Access sagen und fange natürlich an, erst mal damit mich so ein bisschen vorzustellen, obwohl das ja auch gerade schon schön passiert ist. Ich möchte Ihnen natürlich auch sagen, was Open Access überhaupt ist. Dann zeige ich Ihnen ein paar Tools, die Sie nutzen können, um diese freizugängliche Literatur zu finden im Internet und gehe noch so ein bisschen darauf ein, wie wir Sie in der Universitätsbibliothek Augsburg bei dem Thema Open Access unterstützen können. Und als letztes gebe ich Ihnen noch so ein paar Tipps mit auf den Weg, was Sie in Zukunft dann auch selber machen können, um diese Open Access Publikationen weiter nutzen zu können und das noch weiter vertiefen zu können, dieses Thema. Wer bin ich? Die Kollegin hat das schon schön angekündigt. Meine Tochter hat ein bisschen andere Sicht auf mich. Sie sieht mich so. Ein Kollege aus Großbritannien, wo ich vorher gearbeitet habe, hat mich so gesehen. Und ich persönlich sehe mich dann eher so. Also ich bin auch nach fast 20 Jahren im Dienst als Bibliothekarin immer noch begeisterungsfähig und enthusiastisch mit dabei. Ich bin aus Herz, mit Herzblut Bibliothekarin und leite jetzt schon insgesamt seit zehn Jahren den Bereich Open Access, vorher in Großbritannien an der Cardiff University und jetzt seit 2018 hier in Augsburg. Was ist Open Access überhaupt? Open Access heißt, dass wissenschaftliche Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, sodass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare, legale Weise benutzen können. Ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren jenseits von denen, die mit dem Internetzugang selbst verbunden sind. Also das war die Budapester Open Access Initiative, die jetzt schon einige Jahre existiert. Und das heißt also, die Idee ist wirklich einfach, dass diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen frei zugänglich gemacht werden im Internet, sodass sie eben nicht nur runtergeladen werden können, sondern eben auch nachgenutzt werden können. Es gibt zwei Seiten der Medaille beim Open Access. Es gibt also erstmal natürlich diesen Bereich Open Access publizieren. Das heißt also, diese wissenschaftliche Literatur zu veröffentlichen und dann zugänglich zu machen. Und die andere Seite der Medaille ist dann das Rezipieren. Das heißt also, diese öffentlich zugänglichen Publikationen aufzufinden, danach zu recherchieren und die dann nutzen zu können. Und darum geht es heute in meinem Beitrag. Warum lohnt es sich, Open Access Publikationen zu nutzen? Es gibt Vorteile, die auf der Hand liegen. Natürlich die Tatsache, dass es also frei zugänglich im Internet ist. Das heißt also, es ist rund um den Globus zugänglich, natürlich auch rund um die Uhr. Das heißt auch, mitten in der Nacht kann recherchiert werden und gelesen werden. Es ist kostenfrei nutzbar, diese Literatur. Das heißt, man muss sich nirgendwo einloggen. Man braucht keine Passwörter, man braucht keine Kreditkarte. Es ist wissenschaftliche Literatur, die geprüft ist. Also es gibt Peer Review Verfahren, nennen die sich. Das heißt, da werden diese Veröffentlichungen vor der Veröffentlichung auf Qualität überprüft. Und zumeist haben auch die tatsächlichen Open Access Publikationen eine Lizenz, die dann die weitere Verbreitung und die weitere Nachnutzung auch ermöglicht. Die Kollegen und Kolleginnen im ersten Beitrag heute Morgen haben auch OERs zum Beispiel angesprochen, die Open Educational Resources. Und die fallen eben auch in diesen Bereich des Open Science, also der offenen Wissenschaft. Und auch da geht es darum, dass diese Materialien, die dann speziell Lehrmaterialien sind, nachgenutzt werden können. Es gibt zwischendurch immer mal wieder Fragen zum Thema Open Access beziehungsweise auch Vorbehalte. Und ein paar von denen wollte ich Ihnen noch vorstellen. Das eine ist zum Beispiel die Frage der Qualität, ob also Open Access, also diese freie Zugänglichkeit im Internet, die Qualität der Publikationen beeinflusst. Es gibt also manchmal das Vorurteil, dass Open Access Zeitschriften ein mangelndes Renommee haben, beziehungsweise, dass die Einnahmen wichtiger sind als die Qualität, weil es bei Open Access Zeitschriften oft so ist, dass die Wissenschaftler beziehungsweise die Institutionen dafür bezahlen müssen, dass diese Publikation dann frei zugänglich ist. Da würde ich aber argumentieren, dass tatsächlich Open Access an Sicht nur die Art der Sichtbarkeit der Sichtbarkeitmachung dieser Publikation ist. Das heißt also, die Tatsache, dass dieser Beitrag Open Access ist, hat erstmal nichts mit der Qualität dieses Beitrages zu tun. Die Qualität wird durch die Peer Review sichergestellt. Und da gibt es gute wie schlechte Zeitschriften oder gute und schlechte Verlage, aber sowohl in Print als auch in Online-Formaten und da auch in geschlossenen Formaten, sprich also Zeitschriften, die man abonniert, genauso wie in Open Access Zeitschriften. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass eben bei Open Access Zeitschriften oder Publikationen das oft so ist, dass der Autor dafür bezahlt, dass diese Publikation Open Access gemacht wird. Das heißt aber eben im Normalfall, wenn es ein seriöser Verlag ist, heißt es nicht, dass dann die Qualität leidet und jeder Beitrag angenommen wird, sondern es heißt einfach, dass das Finanzmodell dieser Zeitschrift dahingehend geht, dass eben die Leser nicht bezahlen müssen, sondern eben die Kosten schon vorher gedeckt werden. Wie werden Open Access Publikationen sichtbar gemacht? Es gibt also auch manchmal die Frage, ob tatsächlich die traditionellen Verbreitungsmethoden über Verlage denn nicht besser sind, als Publikationen einfach nur in Datenbanken online zu stellen, die dann vielleicht nicht gefunden werden und die vielleicht auch nicht so bekannt sind. Da würde ich argumentieren, dass im Gegenteil Open Access Verlage und Repositorien auf digitale Verbreitung ausgerichtet sind. Das heißt, die Inhalte werden ganz gezielt an andere Dienste, an andere Tools gemeldet, zum Beispiel an die Deutsche Nationalbibliothek, an übergreifende Repositorien, an Suchmaschinen, Google, Google Scholar und so weiter und tatsächlich dadurch sehr breitflächig auffindbar gemacht. Dann gibt es immer noch Fragen zur Komplexität von Open Access. Open Access kostet sehr viel Zeit und ist zu kompliziert. Das ist tatsächlich was, was ich nicht einfach so abstreiten kann. Open Access ist kompliziert, das stimmt. Aber ich würde da sagen, dass wir als Bibliotheksmitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich prädestiniert sind, sie zu unterstützen. Wir bieten Schulungen an, wir bieten Hilfe an bei Fragen rund um Open Access und ich hoffe auch, dass jetzt in den nächsten Minuten ich Ihnen noch einige Tools mit auf den Weg geben kann, die vielleicht Open Access für Sie ein bisschen einfacher machen können. Ich möchte Ihnen jetzt im Folgenden einige Tools vorstellen, die Sie für Ihre eigenen Recherchen nach Open Access Publikationen nutzen können. Wenn Sie Bücher suchen, gibt es Google Books, was Sie vielleicht schon kennen. Es gibt aber auch das internationale Directory of Open Access Books. Ich zeige Ihnen gleich noch so ein paar von den Tools, aber ich gebe Ihnen erst mal diese Übersicht mit auf den Weg. Für Zeitschriften gibt es ein Äquivalent des DOAJ, das Directory of Open Access Journals. Dann gibt es zum Beispiel, wenn Sie auf der Suche nach Dissertationen sind, verschiedene Services, die sich geografisch auf bestimmte Gebiete fokussiert haben. Es gibt also BASE, das sich auf deutsche Dissertationen fokussiert hat. Es gibt Ethos für Großbritannien. Es gibt DART Europe für europäische Dissertationen und dann Open Theses für die USA. Dann gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene Datenbanken, die Digitalisate verzeichnen und zugänglich machen. Das heißt also Publikationen, die eigentlich in Print vorerst erschienen sind und dann online gestellt werden, also quasi zweitveröffentlicht werden. Das ist unter anderem die Deutsche Digitale Bibliothek. Dann auf europäischer Ebene die Europäer-Sammlung und dann gibt es hier auch regional digitale Sammlungen im Bibliotheksverbund Bayern, an denen sich natürlich auch die Uni Augsburg mit beteiligt. Es gibt verschiedene Suchmaschinen, die ganz speziell Open Access Publikationen verzeichnen und die dann auch zugänglich machen. Das ist BASE, das ist Core, Open und Open Door. Und ein paar von diesen Diensten zeige ich Ihnen gleich noch. Und dann gibt es noch eine andere Kategorie, die nennt sich Repositorien. Das heißt, es sind entweder Server, also Datenbanken, die speziell für eine Institution oder eine Organisation da sind. Das ist Opus hier an der Universität Augsburg. Und es gibt aber auch Fachrepositorien, die sich eben ganz speziell auf einen bestimmten Fachbereich oder ein bestimmtes Fachgebiet konzentrieren. Da gibt es zum Beispiel Archive, das ist ein sehr bekanntes Fachrepositorium für die Physik. Und es gibt PubMed Central für die Medizin. Und dann gibt es aber auch noch diverse andere Datenbanken oder so Repositorien, die sich eben dann auf unterschiedliche Fachgebiete konzentrieren. Ich möchte Ihnen nun einige dieser Tools etwas vorstellen, dass Sie einfach mal so einen Eindruck gewinnen, wie diese Tools aussehen. Das erste ist DOAJ, das Directory of Open Access Journals. Das heißt, vier können Sie recherchieren nach Zeitschriften, die komplett frei zugänglich sind. Das heißt, wissenschaftliche Zeitschriften, die online gestellt werden und die Sie also ohne Password, ohne Nutzerkennung, ohne Kreditkarte nutzen können. Wenn ich hier mal ganz kurz eine Suche nach Music mache, dann sehen Sie, es gibt also 97 Zeitschriften, in denen Musik vorkommt, als Schlagwort oder als Stichwort. Und Sie sehen aus ganz verschiedenen Ländern. Also hier ist zum Beispiel eine portugiesische, eine brasilianische Zeitschrift in portugiesisch. Dann gibt es eine italienische und so weiter. Sie können auch nach Sprachen noch filtern und sich hier was raussuchen. und Sie sehen, es gibt ganz, ganz verschiedene Fachgebiete, die hier vorgeführt werden und die Sie hier finden können. Sie können aber auch nach ganz anderen Begriffen suchen. Also ich habe zum Beispiel aus persönlichen Gründen mal nach Finnland gesucht und auch da gibt es ganz verschiedene Zeitschriften, die es in dem Themenbereich gibt. Und Sie können dann immer auf den, auf diesen Link klicken und sehen dann Details über diese Zeitschrift, sehen also auch, was, was in dieser Zeitschrift beinhaltet ist, welche Themengebiete, welche Sprachen, welche Lizenzen genutzt werden und kommen dann auf die Webseite dieser Zeitschrift über diesen Link hier oben. Wichtig ist bei allen Online-Ressourcen, was vorhin auch schon angesprochen wurde in Bezug auf die Materialien, die Studienmaterialien für Lernende, dass Sie sich selber angucken, ob diese Zeitschrift oder ob diese Publikation Ihren Qualitätskriterien entspricht. Und so hat auch dieses Verzeichnis, dieses DOAJ-Verzeichnis, immer Informationen darüber hinterlegt, wie diese Zeitschrift zum Beispiel Qualitätskontrolle vornimmt, wer hinter dieser Zeitschrift steht, also welche Herausgeber es gibt zum Beispiel. Und das heißt also hier, dieser Bereich, der ist immer sehr sinnvoll, um sich da einen Überblick zu schaffen, wer hinter dieser Zeitschrift steckt. Aber alle Zeitschriften, die in diesem DOAJ verzeichnet sind, sind tatsächlich bereits Qualitäts geprüft und haben also schon mehrere Checks unterlaufen. Das heißt, Sie können sich hier sicher sein, dass das also wissenschaftliche Publikationen sind, die Sie auch nutzen können, ohne Bedenken zu haben. Des Weiteren gibt es eben das Äquivalent zu DOAJ, das DOAB für Bücher. Auch da kann man natürlich eine ganz einfache Suche machen, wie Sie das auch in Suchmaschinen kennen. Sie können aber auch nach Themen zum Beispiel suchen, also nach fachlichen Ausrichtungen, nach Sprachen oder sogar auch nach Verlagen. Wenn Sie das schon wissen, ich habe jetzt tatsächlich mal in DOAJB nach Bayern gesucht und bin fündig geworden. Es gibt also immerhin 18 Bücher, in denen das Wort Bayern auch im Titel vorkommt und diese Bücher sind eben auch komplett online, frei, zugänglich. Wenn ich jetzt also hier gleich auf den ersten Mal klicke, dann sehen Sie den Link auf die Publikation. Sie sehen das Erscheinungsjahr. Sie sehen den Verlag und kommen dann hier direkt auf den Titel und können sich das runterladen. Hier oben rechts über Buch downloaden. Also DOAJ und DOAB sind sehr schöne Angebote, die ich Ihnen nur ans Herz legen kann. Ich habe vorhin Suchmaschinen erwähnt. Es gibt also zwei, die besonders hilfreich sind bei der Recherche nach Open Access Materialien. Das ist einmal BASE. Das ist eine deutsche Suchmaschine, die in Bielefeld aufgebaut worden ist. Und das andere ist CORE. Das ist ein Dienst aus Großbritannien. Das heißt, da geht es eher um die angloamerikanische Literatur. BASE-Bielefeld ist also auch wieder ganz normal wie eine Google-Suchmaschine aufgebaut. Da kann man zum Beispiel mal suchen nach digitaler Bildung. Und dann werden Sie gleich sehen, dass man sehr, sehr viele Treffer bekommt. Und Sie sehen hier sofort an diesen Open Access Symbolen, dass diese Publikationen dann frei zugänglich sind. Das heißt, auch hier kann man dann auf einen Titel klicken, bekommt noch ein paar mehr Informationen und kann sich dann sofort das PDF runterladen. Also das ist die, diese Suche in BASE, BASE-Bielefeld. Und Sie können natürlich die Ergebnisse auch noch sortieren oder filtern. Das heißt, Sie können eingrenzen, wenn Sie sagen, Sie möchten sehr neue Literatur zum Beispiel lesen zu einem bestimmten Fachbereich, weil sich vielleicht in dem Bereich sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Sie können nach Sprachen filtern. Sie können nach Schlagwörtern filtern, nach Autoren und so weiter. Das Gegenstück zu BASE-Bielefeld ist Core. Das tippe ich jetzt einfach mal so ein. Sieht also ganz, ganz ähnlich aus, aber ist eben spezialisiert auf angloamerikanische Literatur. Hier habe ich dann einfach mal die Suche nach Brexit gestartet. Und Sie sehen, da gibt es also fast 50.000 wissenschaftliche Beiträge, die sich mit diesem Thema befassen. Auch hier können Sie wieder eingrenzen nach neuster Literatur, nach verschiedenen Sprachen und so weiter. Also auch da gibt es die Möglichkeit, dann noch weiter zu filtern oder natürlich andere Wörter noch zu ergänzen, wenn Sie zu viele Treffer bekommen und das ein wenig kleiner machen möchten, diese Menge. Sie sehen hier unten auch noch, woher diese Treffer kommen, also aus welchen Repositorien diese Suchmaschine gespeist wird. LSI zum Beispiel, also die London School of Economics und verschiedene andere Archive und entweder Fachrepositorien oder einzelne institutionelle Repositorien. Die letzten zwei Dienstleistungen oder Tools, die ich Ihnen noch zeigen möchte, ist einmal unser Repositorium, Opus und PubMed. Also dieses, es sind jetzt beides Repositorien. Das eine ist einmal die institutionelle Sicht. Das heißt also, hier verzeichnen wir Publikationen, die an der Uni Augsburg entstehen. und das zweite PubMed ist ein Beispiel von einem so einem Fachrepositorium. Das heißt, hier geht es speziell um das Thema Medizin. Opus sieht so aus. Das ist unser Repositorium an der Uni Augsburg. Sie können sich also entweder alle Dokumente anzeigen lassen oder Sie können hier über diese Browsen-Funktion gehen oder natürlich auch suchen. Schön ist bei uns, dass Sie also zum Beispiel nach Einrichtungen recherchieren können. Das heißt, Sie können sich eine Fakultät raussuchen. Sie können sich auch die Grundschulpädagogik raussuchen, die gerade schon erwähnt worden ist. Hier sind einige Publikationen von Professor Hartinger zum Beispiel verzeichnet, aber auch von den Kollegen Herrn Siegel, Frau Mattes natürlich etc. Also alle, wir versuchen alle Publikationen unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier zu verzeichnen. Sie können dann auch noch nach Volltext filtern. Das heißt, Sie sehen, wir haben nicht alles im Volltext zugänglich online. Wir sind kein reines Open Access Repositorium, aber sehr viel davon. Und über diesen Volltextfilter sehen Sie dann nur die Publikationen, die Sie tatsächlich auch direkt aus dem Repositorium dann herunterladen können. Hand in Hand mit dem Repositorium geht die Funktion, dass wir auch diese Publikationslisten für einzelne Autoren auf den Seiten der Wissenschaftler direkt darstellen können. Also hier ist das Beispiel von Herrn Brütting beispielsweise aus der Physik. Der hat also diese Publikationen, die wir in Opus verzeichnen, hier bei sich auf seiner Webseite untergebracht. Und Sie sehen also hier schön visuell die roten PDF-Icons. Wir waren aber, wir waren also hier sehr fleißig und haben es Herrn Brütting ermöglicht, sehr, sehr viele seiner Publikationen in Opus bereitzustellen, sodass Sie also entweder direkt aus Opus oder eben von seiner Webseite runtergeladen werden können. Den letzten, die letzte Datenbank, die ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen wollte, das war PubMed, also die medizinische Seite. Hier ist natürlich ganz klassisches Suchthema COVID-19 im Moment. Und Sie sehen, hier gibt es eine Möglichkeit zu sagen, Sie möchten nur die Dokumente angezeigt bekommen, die frei zugänglich sind. Und da sind es bei COVID noch 120.000 Ergebnisse. Das heißt also, Sie finden hier ordentlich Material, was Sie lesen können, rezipieren können. Das sind also ein paar dieser verschiedenen Tools, die Sie nutzen können. Es gibt für verschiedene Fächer auch eine Übersicht. Es gibt ein Open Access Network und hier können Sie auf dieser Webseite sich Ihr eigenes Fachgebiet raussuchen und dann finden Sie eine Übersicht darüber, welche Repositorien zum Beispiel für Sie in Frage kommen, welche Open Access Zeitschriften sehr viel genutzt werden in diesem Bereich und so weiter. Also Open Access Network kann ich Ihnen nur empfehlen und dann die Fächerübersicht, damit Sie für sich ein gutes Bild sich darüber machen können, welche Open Access Materialien für Sie relevant sein könnten. Wie unterstützen wir Sie an der Universitätsbibliothek Augsburg? Wir beraten natürlich, ganz klar. Also wir sind nicht nur da für die Uni-Angehörigen. Wir sind für alle Interessierten da. Das heißt, Sie können sich jederzeit an uns wenden. Die Details sind auf der Webseite und ich blende Sie jetzt auch gleich auf der letzten Folie nochmal ein. Wir bieten Schulungen an. Wir machen also monatliche Open Access Schulungen, die frei zugänglich sind. Das heißt, Sie können auch jederzeit virtuell an diesen Schulungsangeboten teilnehmen. Wir haben Informationsmaterialien, die ausliegen in der Bibliothek etc. Wir arbeiten hart am Repositorium. Das heißt, wir sind dabei, immer mehr Volltexte online zu stellen. Wir bieten einen Zweitveröffentlichungsservice an für unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und Stück für Stück können wir also mehr von den eigenen Publikationen aller wissenschaftlichen Mitarbeiter hier in Opus bereitstellen. Das ist ein Langzeitprojekt und wir sind noch am Anfang, aber Sie sehen ja schon, dass einige Volltexte schon bereitgestellt worden sind. Und wir bieten individualisierte Dienstleistungen an rund um Open Access und Publizieren. Das heißt also, bei Interesse und Fragen wenden Sie sich einfach jederzeit gerne an uns. Was ist jetzt der nächste Schritt für Sie? Sie können sich natürlich zurücklehnen und einfach gucken, was so im Bereich Open Access in den nächsten Jahren in Augsburg und an der Uni Augsburg alles passieren wird. Sie können aber auch aktiv werden. Sie können selber Open Access Literatur nutzen. Sie können mit Kollegen, Kolleginnen über Open Access reden. Sie können Open Access weiterempfehlen. Also diese Tools, die ich Ihnen gezeigt habe, natürlich auch zum Beispiel Schülern, Schülerinnen der höheren Jahrgangsstufen schon zeigen. Sie können eigene Publikationen selber sichtbar machen und online zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, Sie können sich jederzeit bei Fragen an uns wenden. Das Referat Open Access und Publizieren ist für alle da und wir helfen Ihnen gerne. Wir haben die Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse openaccess.bibliothek.uni-Augsburg nochmal unten eingeblendet und eine Webseite gibt es natürlich auch. Wenn Sie Open Access Uni Augsburg googeln, dann finden Sie uns. Ganz herzlichen Dank. Damit endet mein Beitrag und Fragen natürlich jederzeit gerne. Ja, liebe Frau Herr-König, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Da denke ich an meine Studienzeit zurück und wünschte mir, dass es damals sowas auch schon gegeben hätte für etwaige Hausarbeiten und Abschlussarbeiten. Genau, wenn es noch Fragen aus dem Zuschauerkreis sind, Sie kennen das ja, bitte die Chatfunktion nutzen oder das F&A-Tool. Bislang sind keine Fragen drin. Ich habe eine Frage, kann man an diese Folien kommen, um diese ganzen Links zum Beispiel auch drauf zu greifen? Was muss man dafür tun? Ja, also wir haben eine Webseite. Vielleicht teile ich gerade doch nochmal meinen Bildschirm und zeige das nochmal ganz kurz. Also wir haben die Open Access Webseite, die ich gerade schon erwähnt habe. Und da, es ist so, jetzt geht's los. Das heißt, da gibt es weitere Informationen zum Thema Open Access und es gibt auch Links zu allen möglichen Angeboten, Schulungsangeboten, weiterführenden Informationen, etc. Und Sie finden auf meiner eigenen Webseite, ohne dass ich jetzt Eigenwerbung mache, also wenn Sie meinen Namen googeln, von hierher können, dann finden Sie einige Publikationen und da habe ich zum Beispiel auch schon verschiedene Versionen dieser Vorträge hinterlegt und da können Sie sich dann sofort die PDFs runterladen und da dann auch den Links folgen. Ja, ich glaube, das ist für viele hier Anwesenden sehr interessant und sehr spannend und es ist auch eine Arbeit, die sich, glaube ich, im Endeffekt auch lohnen wird. Das hoffe ich. Ich bedanke mich auch noch mal für den Vortrag. Frau Herkundin ist auch noch mal schönes Feedback aus dem Chat, aus dem Zuschauerkreis gekommenen an Sie. Ich bedanke mich generell bei allen Vortragenden, die hier auch bis zum Ende noch hier geblieben sind. Vielen Dank für diese vielen Inputs, für diese viele Sichtweisen zur Schule, Bildungsmedien, Lernen und ja, es bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen jetzt zum Mittagessen einen guten Appetit. Hoffentlich strahlt bei Ihnen überall auch die Sonne, so viel ist jetzt in Augsburg. Ich bin auch weiterhin auch in der Zwischenzeit im Laden, bis 4 Uhr haben wir heute auch noch geöffnet. Wer Interesse hat, kann gerne einmal vorbeischauen oder eben bei einer unserer anderen Online-Veranstaltungen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, für die vielen Fragen, für die spannenden Diskussionen, dafür, dass die Referenten und Referenten sich die Zeit genommen haben und die Mühe und ihr Engagement. Und ja, bleiben Sie gesund. Bis bald und auf Wiedersehen hier aus der Zwischenzeit, dem Pop-Up-Store der Uni Augsburg. Vielen Dank. Tschüss. Das ist gerade so eine Ebene. Dann sage ich nur noch Tschüss. Vielen Dank für die Moderation und für alles. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Super. Ich muss jetzt heute tatsächlich in der Stadt, vielleicht schaue ich noch vorbei. Dann sind wir. Oh ja, das würde mich freuen. Auf jeden Fall. Dann vielleicht bis später. Tschüss. Ja, da vier Mal.